Wie bist du überhaupt zu Rap gekommen? Durch Jazz. Aha. Durch Jazz, Bro. Bei manchen People, wenn ich so sage Juju, dann... Oha. Genau weil ich in diesem Land lebe, Bruder, und immer so ein bisschen zwischen den Welten stand, habe ich mich natürlich dann mit der einen und der anderen Seite intensiver beschäftigt. Roots Reggae hat einen sehr, sehr großen und Dub Music hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich und das Album gehabt die letzten zwei, drei Jahre. Wir sind richtig, richtig amok gelaufen, was uns Sounds angeht. Wir haben uns crazy Leute reingeholt. Ich habe das Privileg, mit Jakarta zu arbeiten und durch Jakarta Records kommen natürlich voll viele Connections. Die Frage ist doch, wer wird hier als Mensch definiert? Bruder, das ist doch die Frage. Wie kann man sagen, man möchte für Frieden stehen und für Frieden einstehen und Waffenexporteur Nummer drei sein? Und an wen ist auch die Frage? Shoutouts auch an den Bruder Sirius Klein, wenn dir das noch nicht sagt, bitte check den Seinemokker aus. Den Namen kenne ich schon, man muss ihn mal reinschauen. Karma, Bruder. Ja? Wirklich. Auch ein Wahnsinnsalbum. Ich finde meine Identität schon ziemlich geil. So, ich fühle mich auch stolz zu sein. Geht schon klar für mich. Auf jeden Fall. Ich begrüße die Afrikaner. Cool. Und ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich sitze hier mit King Juju Rogers. Blessings, Blessings. Danke für die Einladung, Bruder. Ich danke, dass du gekommen bist. Ich bin überglücklich, dass ich hier sein darf und ein bisschen quatschen darf mit dir. Ich habe mir ein paar Sendungen schon reingezogen. Sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Ja, das muss man auch sagen. Deine Anwesenheit hier, die hilft mir natürlich auch irgendwie. So, und ja, dass wir dann irgendwie, das ist mein, was heißt Traum, aber so ein Wunsch von mir, dass ich sage, ich spreche mit Leuten, wir machen. Das Ding wächst und dann können wir uns allen so, weißt du, eine Plattform geben, wo wir uns immer wieder austauschen können und über Sachen sprechen können. Absolut. Und da hilfst du mir auch mega mit und auch jeder einzelne sowieso, der hierher kommt. Safe. Aber ja, das ist das. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch andere Sachen, was heißt zu tun, aber dein Album ist jetzt auch rausgekommen, dein neues. Wahrscheinlich hast du Promo zu tun und dies und das. Bruder, das ist für mich das Allerschönste, was ich jetzt gerade machen kann, ist mich mit meinen Peoples darüber unterhalten und die Thematiken, die auch Betroffene angeht, so mit denen zu reden, zu diskutieren, vielleicht Kritik anzunehmen. Also im Grunde genommen fühle ich mich so, als wäre es genau das, was ich jetzt machen sollte. Perfekt, sehr schön. Ja, Kritik, von mir wirst du sie nicht wirklich hören, weil ich bin nicht hier, also sage ich es für mich persönlich, ich bin nicht da, um Leute kritisieren zu wollen oder so, sondern ich möchte mich einfach mit Leuten austauschen, so wie dir, hören, was du zu sagen hast, was du denkst. Und am Ende des Tages sollen die Zuschauer selber denken, was sie wollen und ihre eigene Entscheidung treffen. Aber für mich ist das eher so alles aus Neugierde, weil ich bin, muss man auch für mich, also ja, muss ich sagen, ich liebe Hip-Hop über alles. Und für mich ist es eigentlich so... Du hast so richtig cool gesagt, das hast du schön gesagt. Für mich ist es so ein bisschen so ein Geek-Moment, wo ich jetzt mit jemandem hier sitzen kann und mich über Sachen austauschen kann, die mich aber auch soundtechnisch interessieren. Weil so deutsche Musik zumindest, also Rap ist nicht so ganz meins, es gibt einzelne Leute, wo ich sage, finde ich cool, aber ich bin schon so einen anderen Sound gewohnt und den habe ich bei dir gefunden, so mit deinem 40 Acres in the Moodle Album, wo ich dachte, und der kommt aus Deutschland? Das wusste ich bis dahin gar nicht. Habe ich nicht gewusst. Kriegst du das oft mit, sodass Leute nicht... Ich kriege witzigerweise beide Seiten, Bruder. Also die eine Seite ist natürlich so diese Überraschung so ein bisschen. Oh, wie, der kommt aus Deutschland. Und die andere Seite ist, ja, wenn man auf Englisch Musik macht, dann hat man es viel leichter. Ich freue mich über die eine oder die andere Reaktion. Ich glaube, wenn wir über Kunst oder das Schaffen von Musik spezifisch jetzt gerade 2019 reden, ist es, glaube ich, schön, wenn man Menschen noch irgendeine Reaktion, eine echte Reaktion überhaupt irgendwie sozusagen entlocken kann. Aber kriege ich schon oft, ja, kriege ich schon einen Überraschungsmoment. Manchmal mache ich mir den vielleicht sogar so ein bisschen zunutze und auf der Platte habe ich es ja dann umgekehrt sogar. Ja, da komme ich auch noch mal hin. Da will ich auf jeden Fall auch einmal hinkommen. Ja, weil es ist so, ich kenne Menschen, die haben versucht, auf Englisch zu rappen in Deutschland. Und es hat nicht so wirklich funktioniert. Und auch für mich persönlich vom Sound her nicht so. Also klar, die Sprache ist da, aber der Sound ist halt nicht so da. Oder manchmal ist der Sound so dieses 1990er, Anfang 2000er Rap irgendwie so, wo man merkt, okay, du nimmst was, was früher mal funktioniert hat. Und denkst, dass du das einfach eins zu eins hier umsetzen kannst und dann klappt das. Und das ist es halt nicht mehr so. Den Sound, den ich dann hier höre auf Englisch in Deutschrap, also mal gehört habe, ist halt viel weiter hinten als das, was es schon ist. Die Leute haben sich ja schon längst weiterentwickelt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute oft deswegen irgendwie auch nicht angekommen sind. Aber dein Sound ist so... Ich weiß nicht, wo ich ihn einstufen soll, ehrlich gesagt. Würde mich voll interessieren, Bruder, hau mal raus. Ich will ihn nicht einstufen, aber das ist so... Soundtechnisch würde ich sagen, ist das nicht weit weg oder nicht anders, als jetzt ein Album zum Beispiel von einem Kendrick oder so oder von einem Cole oder wem auch immer. So, also wenn ich das nicht gewusst hätte, dass du aus Deutschland bist, hätte ich gedacht, du wärst von drüben gekommen und hättest dort alles gemacht. So, und auch daher die Einflüsse gezogen. So, und du hast ja dein Leben lang wahrscheinlich in Deutschland gelebt, ne? Ja. So, dadurch, dass du hier lebst irgendwie und dann trotzdem diesen Sound so annehmen konntest oder entwickeln konntest. Das ist krass, finde ich. Also... Tausend Dank. Richtig krass. Deswegen fühle ich es auch gut, also das Album auf jeden Fall. Danke, danke. Tausendfach. Und ich kann diese Props sozusagen auch nur weitergeben. Wir haben von Anfang an versucht, nach dem allerersten Album, dann habe ich Lost in Translation dann mit Bluestep gemacht. Da wollten wir uns schon so ein bisschen weiterentwickeln vom Sound. Und diesmal so mein zweites Soloalbum war mir schon klar, ich will da irgendwie noch ein bisschen intensiver dran arbeiten. Und alle Leute, die mitgearbeitet haben, die haben einen unglaublich guten Job gemacht. Wir haben eine Hammer-Soundästhetik, sehr mystisch, sehr so spiritual vibrations reingebracht. Alles mit Intention und hat gut funktioniert. Also die Props kann ich eigentlich nur weitergeben an die Musiker, an die Producer, die beteiligt waren. Ja, jetzt wo du es auch sagst, Producer, da war jemand dabei auf deiner Platte, der, das hat dann irgendwie, nicht mehr die Augen geöffnet, aber es war so ein Überraschungsmoment. Du hast Like drauf gehabt, ne? Ja, Mann. Von Park Div. Ja, Mann. Krass. Das sind tatsächlich einige, in Anführungsstrichen, große Namen, wo ich so als Juju persönlich ab-fan-boy. Aber Like war definitiv auch einer davon. Er hat zwei Tracks produziert und er hat ja Sing About Me von Kendrick produziert, von Anderson .Paak einige Sachen. Was richtig krass ist, Bruder, wenn ich diese kleine Anekdote vielleicht erzählen darf. Bitte. Eins, zwei so Nerd-Leute haben mich schon darauf angesprochen, spezifisch auf diese Beats, ohne dass die wussten, wer der Producer sozusagen ist. Und die konnten so diese Kendrick-Soundästhetik raushören. Also die haben das richtig, dieser Song und der erinnert mich voll an dieses Album. Ja. Und war halt der gleiche Produzent sozusagen. Ja, da ist wirklich was drin. Diese Heavy Basslines, die da so runterschlägt. Like hat so einen sehr simplifizierten Sound, so ein bisschen reduzierter Sound, der aber trotzdem voll so eine Stimme und eine Mystik entstehen lassen kann. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Lied das war. Das war auch blöd von mir. Intro hat er gemacht und Black Thursday hat er gemacht. Genau. Aber da gab es noch ein anderes Lied. Ich habe den Titel gerade blöderweise nicht im Kopf. Da ist auch ein Sound drin. Der ist so ein mystischer Sound. Den habe ich auf Kendricks Album gehört. Auf dem Good Kid Mad City ersten Song. Welcher war das? War das Shrain, glaube ich? So hochgepitchte. Ja, sowas, aber so ganz unterschwellig so. Nee, Bruder, wir haben wirklich absolut… Dicker, wir sind richtig, richtig amok gelaufen. Ja, ja. Was uns Sounds angeht. Wir haben uns crazy Leute reingeholt und haben uns wirklich ganz, ganz bewusst versucht aufzumachen. Wir kommen ja eigentlich aus diesem… Oder ich komme so ein bisschen aus genau diesem 95, 96 Sound-Aesthetics-Ding. Und ganz bewusst, okay, lass uns einfach ausprobieren. Lass uns freaky sein, lass uns trauen, ein bisschen zu spielen. Und in dem Moment, wo es gut geklungen hat, da haben wir das einfach genommen. Ja, hat funktioniert. Also für mich zumindest. Und wie kommst du denn überhaupt an solche Leute ran? Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein interessanter für Leute. Also wie du sagst, die haben mit großen Künstlern gearbeitet. Und jetzt sitzt du mit denen in einem Raum an Bord irgendwie. Ich habe das Privileg, mit Jakarta zu arbeiten. Und durch Jakarta Records kommen natürlich voll viele Connections. Ja. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, den Hauptteil hat eigentlich schon ein ganz unbekannter Berliner Producer gemacht. Und die größeren Namen kamen dann so ein bisschen dazu. Also Farhaut ja auch. Oder Crater, die für Kid Cudi, Man of the Moon produziert haben. Aber meistens kommt die Connection durch Jakarta Records. Das sind Künstler, mit denen die arbeiten. Dann bei Like war es so, er war in Berlin, hat hier eine Show gespielt. Dann hat er bei mir in Neukölln gewohnt für diese drei Tage. Es hat einfach Klick gemacht. Haben uns gut verstanden und haben direkt losgelegt, Musik zu machen. Krass. Ja. Cool. Jakarta ist auch so ein Ding, ne? Also ich weiß davon, aber viele Leute, die wissen gar nicht davon. Ja, ja. Dass so ein krasses Label hier in Deutschland unterwegs ist. Volles Rohr, Bruder. Das ist unglaublich, Mann. Und das ist ja auch noch so eine Klischee-Story, weil ich ja da irgendwie so als Praktikant angefangen habe. Krass. Ich bin nach Berlin, dann war ich so sieben Monate erst mal Praktikant, so. Ja. Habe dann sozusagen gelernt, was macht ein Label, wie arbeitet dieses Label. Und das ist bis heute so, Mann. Ja. Super familiäres und so Musik-Nerd-Label einfach. Das sind Leute, die Musik lieben, die sich auch – und darauf kommt es, glaube ich, an – die sich mal trauen, was zu machen, das vielleicht jetzt nicht gerade der Trend ist, sondern vielleicht einen Trend setzen oder so. Ja. Ich glaube, das, was ihr macht, ist so, also für Leute, die jetzt aus dem englischsprachigen Raum kommen oder aus Amerika oder wie auch immer so, für die wäre das gar nicht so fremd, was ihr macht oder so ungewohnt, wo man sagt, oh, damit kann ich jetzt nicht so. Ja, ja. Das ist für sich so, aber die Leute, die diesen Deutschrap abfeiern, können mit einem anderen Sound nichts anfangen. Mhm. Die haben da vielleicht keine Connection dazu oder so, weil ich zum Beispiel, für mich ist so, obwohl ich kein Afroamerikaner bin, bin ich trotzdem irgendwie mit der Kultur aufgewachsen, durch die Musik, durch die Filme und alles. Und ich bin dann sofort drin. Deswegen zieht mich das auch immer mehr. Und das, was ich von Jakartas Ecke so höre, das ist einfach meine Schiene. Und ich muss jetzt leider auch von mir aus so einen kleinen Fanboy-Ausflug machen. Aber raus. Zum Beispiel habe ich gesehen, du hast auch ein paar Tracks mit Ivan Ave gemacht. Ja, Mann. Das ist einer der krassesten für mich so. Safe. Wer noch nie von ihm gehört hat oder noch nichts angehört hat, musst du den Augenblick mal reinhören. So, und das ist, wie kommt so eine Connection überhaupt zustande? Mit Ivan ist so, also der ist ja auch ab und zu in Berlin. Wir haben die Label Night in London zusammen gespielt. Mit dem habe ich schon ein bisschen mehr Kontakt. Also der ist aus, er lebt glaube ich in Oslo. Mhm. Das heißt, er ist gar nicht so weit. Der kommt schon, Berlin ist schon mittlerweile in Europa so eine Hausnummer, da kommt man schon her. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, ein paar Mal getroffen, auch gleich gelinkt. Mhm. Und ich würde da, bei diesem Fall ist auch so englischsprachig aus Europa, mit so einem internationalen Approach, da kennen sich die Leute so ein bisschen. Ja. Also bei Ivan, super, super, super Typ. Cool. Ganz nah in Jakarta auch dran so. Ja. Wenn du sagst englischsprachig, mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe mir gestern deinen Song Identity angehört, nochmal. Ich habe ihn schon mehrmals gehört, aber gestern nochmal. Und komischerweise, wenn du Englisch sprichst oder Deutsch, man hört einen Unterschied. Wo ich mir dachte, wenn du jetzt wirklich tatsächlich nur auf Deutsch rappen würdest, weiß ich nicht, das wäre ein ganz anderer Sound irgendwie so, ne? Wahrscheinlich. Hast du auch das Gefühl gehabt so beim Aufschreiben oder beim Einsprechen? Bei mir gar nicht. Also du kannst dir vorstellen, wenn ich das persönlich mache, weil ich so aufgewachsen bin, ich merke natürlich wenig Unterschied. Oder für mich ist es so voll natürlich, okay, in meinem Alltag spreche ich mehr Deutsch als Englisch. Also es fühlt sich total natürlich an. Ja. Wenn ich das dann höre, kann ich schon definitiv nachvollziehen, dass Leute sagen, okay, klingt voll ungewohnt. Ja. Und mich selber auf Deutsch rappen hören, ist auch jetzt nicht, was ich alltäglich so höre. Ja. Also ich kann das nachvollziehen. Vielleicht, da müssen wir so in eine philosophische Analyse reingehen, vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass wenn man, ob man jetzt Deutsch, wenn man Deutsch als Sprache benutzen würde, dann würde man sich auch in dieser, also würde man sich anders positionieren vielleicht, während man diesen Track macht XY. vielleicht ist meine Perspektive dann auch eine andere und deswegen klingt es vielleicht ein bisschen anders, aber das sind gerade Spekulationen. Ich habe keine Ahnung, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, wie wäre ein Album, wenn ich ein ganzes Album auf Deutsch zum Beispiel machen würde oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie genau das klingen würde. Ich weiß nicht. Ja, aber ich dachte mir irgendwie so, also das ist jetzt auch auf gar keinen Fall eine Kritik oder so, aber das ist so, wo ich dachte, also das ist nur wieder eine Präferenz, ne. wo ich auch immer das, ich habe so einen Gedanken gehabt oder das Gefühl, wenn Leute, die sehr gut Englisch können und der englischen Sprache sehr mächtig sind so und auch die Kultur verstehen und das Ganze drumherum, vor allem auch die afroamerikanische Kultur und wenn diese Menschen Musik machen, einmal auf Deutsch und auf Englisch, das klingt für mich wie Tag und Nacht ehrlich gesagt, weil aus diesem Englischen kommt nochmal, da merkt man irgendwie vielleicht, dass man sich da freier ausdrückt irgendwie, habe ich das Gefühl. So, die Leute drücken sich freier aus und es klingt irgendwie viel musikalischer und auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht philosophiere ich jetzt auch gerade rum, aber es ist so, vor allem wenn jetzt Menschen die deutsche Sprache hören, die kein Deutsch sprechen, so für die ist ja Deutsch auch so ein hartes Ding und so, weißt du. Voll, voll. Aber dieses Englische, das hat nochmal so etwas Flüssiges und du wirkst viel, also da ist mehr so ein Singsang drin, wenn du das Englische machst, das ist dann im Deutschen nichts so krass drin. Ja, ja, ja. So, was glaube ich auch der Sprache mitgeschuldet ist, so, ne, habe ich das Gefühl zumindest. Das ist auch, wahrscheinlich gehört das auch dazu natürlich, so Sprachbild und so, ne, wie ist die Ästhetik einer Sprache und so. Ja. Ähm, ich glaube, man müsste auch noch dazu sagen, dass man es einfach gewöhnt ist, Juju einfach auf Englisch zu hören, das ist auch so einfach so eine Art Stilbruch, oder was ist das, kenne ich so irgendwie nicht. Ähm, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, müsste man genauer analysieren, warum das jetzt vielleicht nicht ganz so natürlich vielleicht klingt. Ja. So, sowas, sowas für mich beim Rappen war es auf jeden Fall so vom Gefühl her so, okay, das ist jetzt auf jeden Fall was anderes für mich. Ich rappe seit sehr vielen Jahren, auf Englisch immer, es war schon so etwas unnatürlich, aber es geht ja im Grunde genommen auch immer darum, sich zu challengen, immer ein bisschen was, ein bisschen weiter zu treiben, so, die Messlatte immer noch ein bisschen höher zu setzen und sich selber zu fordern. Ja. Also, unabhängig von Präferenz, was auch immer, es war ein krasser Moment, so, du hörst alles auf Englisch und auf einmal der Switch und auf einmal auf Deutsch. Ich glaube, vielleicht würde ich aus meiner Perspektive noch dazu sagen wollen, dass, ich glaube, der Switch an sich ist dann doch stärker als jetzt die vereinzelten Parts. Also, ich glaube, es geht viel mehr darum, diesen Perspektivwechsel in dem Song zu machen und den Leuten zu verdeutlichen, ey, wow, der dreht jetzt gerade hier um 180 Grad, der spricht jetzt einfach auf Deutsch. Ich glaube, das ist so dieser Effekt, der war mir viel, viel wichtiger als jetzt, boah, der rappt überkrass in Deutsch, der sollte ein Deutsch-Rap-Album machen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass diese Dings, dass das nicht gekommen ist. Das mache ich vor. Ja. Wie war denn das Feedback eigentlich auf diesen Track, auf Identity? Weil, also vom Gefühl her kann ich sagen, das ist bestimmt ein Song, der mit vielen Leuten connected so. Hast du da Feedback gekriegt? Ja, Bruder, sehr, sehr, sehr schönes und sehr viel Feedback und auch ein Feedback, was ich so wahrscheinlich noch nie bekommen habe, weil es einfach noch ein Ticken persönlicher war und vielleicht einen Nerv getroffen hat, der nicht so oft angesprochen wird und auf diese Art und Weise. ja, habe mich sehr, sehr irgendwie berührt, empowert, habe mir viel Kraft gegeben, weil es natürlich auch in der Frage des Mutes oder ich wusste auch nicht, kann ich das so machen? Ist das richtig? Werden die Leute das verstehen? Empfinden viele Leute das auch so oder ist es vielleicht eine ganz subjektive Wahrnehmung? und deswegen war unglaublich empowering, war sehr, 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 sehr powerful für mich, Bruder. Cool. Das Feedback, was da zurückgekommen ist. Und ich glaube, es war tatsächlich einer der Songs, die so am meisten Reaktionen und vielleicht auch so ein bisschen Stolz, kann ich sagen, dass es natürlich überwiegend Betroffene waren. Ja. Und das war dann eine Bestätigung für vielleicht diese Hürde zu überspringen und diese Angst zu überwinden. Wie du sagst, also die Betroffenen, da gehöre ich ja auch mit dazu. So, ich habe da gleich geklickt irgendwie mit dem Song, weil da sprichst du halt viele Sachen an, die uns alle betreffen und es ist trotzdem irgendwie noch sehr aktuell, so diese Problematiken und Dinge, die du ansprichst. Was war der Grund für dich überhaupt, diesen Song machen zu wollen? War das das, dieses Bewusstsein, dass es immer noch ein Thema ist und immer noch ein Ding ist, dass wir... Ich weiß nicht, ob immer noch das richtige Wort ist. Das ist meine Lebenserfahrung, habe ich das Gefühl. Also permanent eine Auslotung, zumindest in der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, ob man jetzt zu dieser Gemeinschaft dazugehört oder nicht. Und es gibt Momente, wo man dazugehören darf und es gibt Momente, wo man dann irgendwie excluded wird. Und es war nur eine Frage der Zeit, dass ich wieder... Habe ich in anderen Alben und Projekten immer wieder gemacht, aber dass ich wieder und vielleicht diesmal viel intensiver auf die Thematik eingehe. Ja. Also was heißt immer noch? Oder das war ja immer hier. Ja. Und es hat nie aufgehört. Ich glaube, unsere Eltern können alle Geschichten erzählen, wir können das. Lass uns einfach daran arbeiten, dass unsere Kinder vielleicht diese Geschichten nicht auch noch erzählen müssen. Das wäre schön, ja. Das wäre toll. Ja. Was auch noch cool war in dem Song, da hast du ja nochmal was von... Die Dame hieß Mai. Mai Aim. Wie kamst du dazu, das mit reinzunehmen? Also es hat perfekt gepasst, aber wie kamst du dazu? Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit der Thematik, mit politischen Themen und mit besonders der Bewegung, der neuen schwarzen Bewegung so ab den 90er Jahren. Und da ist sie einfach eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Person. Ja. Die prägendste Person, die auch für viele schwarze Menschen hier in diesem Land mit Identität geschafft hat. Durch Kunst, durch Worte. hat ganz, ganz viel Sinn gemacht für mich, als ich das das erste Mal gehört habe, dieses Poem, Bruder, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Und hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Als ich das gehört habe, war einfach klar, ich möchte das gerne, meine Plattform nutzen, um das ein bisschen weiter zu verbreiten. Ja. Weil es eine sehr, sehr starke und wichtige Figur ist und ich das Gefühl habe, nicht sehr, sehr viele Menschen sie kennen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, in meinem Struggle das mit einzubauen und da eine Plattform mit zu schaffen, dann wollte ich das einfach 100 Prozent machen. Ja. Und ich glaube, selten, selten und es gibt viele Worte darüber, aber selten habe ich Worte gelesen, die so kräftig widerspiegeln die Erfahrung und auch so die Attitüde. Ja. Dieses grenzenlos und unverschämt. Ich bin jetzt selbstbestimmt und entscheide das ganz alleine und selbstbestimmt, wo ich welche Grenzen setze, welche ich überquere, wann ich komme und ob ich wieder zurückkomme, sozusagen. Also das war unglaublich empowering und es war klar, Bro, dass ich das benutzen will. Cool. Weil ich wusste vorher gar nichts von ihr, muss ich ehrlich sagen. Asche auf mein Haupt, aber ich wusste gar nichts von ihr. Und das sind so Sachen, das wäre interessant, das zu wissen. Also ich glaube, es gibt viele andere junge Leute auch, die nichts von ihr gehört haben, weil sie sich halt auch mit der Thematik nicht beschäftigen. Und wir haben dann das Gefühl, so Leute wie sie gab es gar nicht in Deutschland. Ja, ja. Gab es, gab es, gab es. Und was ich gemacht habe war, ich habe dann mal gegoogelt und dachte, wer ist sie denn überhaupt? Warum hat sie überhaupt kein Instagram? Mir war auch nicht klar, dass das schon älter ist. Ich dachte, vielleicht habt ihr so einen Retro-Look draufgepackt oder so und dann gucke ich und dann sehe ich, oh, sie lebt ja schon gar nicht mehr. So. Und da dachte ich mir, krass, die hat es damals schon gegeben. Warum wusste ich nichts von ihr? So. Und das ist genauso, wie ich mit Shaheen, hast du ja vorhin angesprochen. Mit ihr habe ich geredet. Was ist da? So. Die Schwester Shaheen. So. Und wir haben über auch Sachen gesprochen, sowas wie zum Beispiel deutsche Kolonialgeschichte. So. Das ist auch auf keinem Radar so richtig so. Das ist so, man tut, also man glaubt so, das ist in Deutschland gar kein Ding gewesen, weil man auch nie drüber spricht. So. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass das für uns alle... Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, um nach vorne zu kommen, für Progress so. Die Frage ist jetzt folgende, Bruder. Es ist natürlich eine Tragödie, dass wir diese Dinge nicht wissen und dass die uns auch nicht beigebracht werden. Aber... Und genau da setzt ja dann sozusagen Kultur, Subkultur und so weiter an. Das war die Intention davon. Wenn auch nur eine Person, und jetzt steht es eins zu null für mich, mein Bruder, weil du gesagt hast, du bist auf Google gegangen und hast dir das reingepackt. Verstehst du? Ja. Eine Person. Wenn ich das erreichen kann, dann ist es doch alles, was ich möchte. Und auf die Kolonialgeschichte, ich habe auch extrem viele Lines reingebaut, die genau das ansprechen. Im Intro ist schon diese Laugh from the city where they separated in Africa line, bezogen auf die Kongo-Konferenz 1885 hier in Berlin, die die Grenzen, die heutigen Grenzen von Afrika sozusagen festgelegt hat. Krass. Weiß keiner, Bro. Das wusste ich auch vorher nicht. Das hier in Berlin wurde das gemacht, Bro. Das ist auch nicht lange her, ja. Das ist wie gestern gewesen. 1885. Ja. Keine afrikanische Person am Tisch. Alle europäischen Kolonialmächte haben das hier gemacht, oder? Deutschland hat auch eine Kolonialgeschichte, die sich gewaschen hat. Gaskammern und so vor dem Weltkrieg ausprobiert. In Namibia und so weiter und so fort. Da auch wieder die Frage. Natürlich wissen wir, ich bin ins Gymnasium gegangen, in Bayern, da hat man uns immer gesagt, wir sind die Elite und so weiter und so fort. Sehr, sehr wenig behandelt worden, Bro. Wenn ich heute in der Hauptstadt Deutschlands herumlaufe und mir 100 Leute nehme, werden mir wahrscheinlich 90 davon erzählen, dass Deutschland keine Kolonien hatte. Was ist die Folge daraus? Was machen wir? Ja. Prangern wir das an, oder sorgen wir dafür, dass die nächste Generation das auf jeden Fall von, also wir, das wissen. Ja. Mein Ansatz oder mein Spielraum ist dann eher im Zweiteren so. Ja. Ja, finde ich auch. Du kannst, ja, weiß ich nicht, es ist nur ein Gefühl von mir, es bringt nichts einfach nur zu sagen, hey, das habt ihr gemacht so und das war scheiße von euch und nur darüber zu reden, sondern ich finde es immer wichtig zu wissen, was passiert ist, die Geschichte irgendwie zu kennen und dann zu wissen, wie man sie für sich nutzt, um dann die Sachen besser zu machen selber, anstatt irgendwie, weil sonst sind wir nur in diesem War of Words, irgendwie wo wir dann, du hast das gemacht, du hast das gemacht, aber es kommt kein Progress, wie du auch vorhin das Wort benutzt hast, das kommt nicht, aber ich glaube, Dinge zu wissen, warum sie entstanden sind, warum sie passiert sind, dass sie überhaupt passiert sind und zu sagen, jetzt habe ich die Info und was mache ich jetzt damit? Genau. So, das ist echt, ja, wichtig. Informationszeitalter, Bruder. Ja. Man nennt es Informationszeitalter und oft hat man das Gefühl, es sind einfach so viele Informationen, dass die Leute gar nicht mehr, dass ganz, ganz viel Informationen verloren geht, aber nochmal, mir ist glaube ich bei solchen Dingen wichtig, dass wir das wissen, Alter, dass wir das wissen. Ja. Also frage ich mich, wie kann ich das vielleicht vermitteln mit Texten? Gut, Englisch, okay, dann kann ich das vielleicht mit Social Media versuchen auszuarbeiten und geschichtlich einen Hintergrund zu geben. Ja. Das ist mein Ansatz. Ja. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Bei dem Album gibt es gutes Feedback, dass ich diese Plattform auf diese Art nutze. Ja. Mal gucken, mal gucken, wie weit es geht. Kann weitergehen oder wird bestimmt noch weitergehen. Ich hoffe es, aber am Ende des Tages geht es ja auch darum, Handlungen, also Aktionen daraus folgen zu lassen. Ja. Weil ein schönes Album, das Wahrheit spricht, hatten wir auch schon sehr, sehr oft. Gibt es auch wie Santa mehr auf der Welt. Ja. Die Frage ist, was folgt daraus? Und wenn ich ein Teil davon sein kann, dann bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, man merkt schon, dass du da, auch wenn man sich die Lyrics nochmal anguckt, dass du schon, ja, was heißt belesen, aber du kennst dich mit den Sachen irgendwie ein bisschen aus oder hast ein Interesse dafür. Also wenn ich Namen höre wie Markus Gavi, Erte James und so, dann merkt man, okay, du hast schon dich damit beschäftigt. Ich glaube, das sind alles Namen für viele Leute hier, die haben das noch nie gehört, weil die sich auch nicht damit auseinandersetzen müssen, vor allem in Deutschland. So, was macht jetzt zum Beispiel ein Türke mit Erte James oder so, da ist kein Bezug. Selbst ich könnte eigentlich sagen, ich bin Afrodeutsch oder was auch immer, so. Auch meine Geschichte ist es nicht so per se, aber dadurch, wie ich ja gesagt habe, mich für die Sachen interessiere, sind diese Namen alle für mich ein Begriff. Wo hast du diesen Bezug daher, dass du, ich meine, du bist halb Amerikaner, ne? Wie hast du diesen Bezug zu diesen Texten, zu dieser Kultur behalten, wo du hier aufgewachsen bist? Ich glaube, das ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Zum einen meine Heimatstadt, in der einfach immer eine sehr, sehr lebendige American Community war. Das war das erste Bataillon der US Army, das heißt, wenn wir das politisch analysieren wollen, dann waren sehr, sehr viele African Americans, sehr, sehr viele Hispanic and poor white people, weil man für die US-Armee eine lowere Bildung braucht als Navy oder Air Force oder sonst was. Das bedeutet, wir hatten einfach immer eine sehr, sehr aktive African American Culture in Schweinfurt, wo ich einfach viele Dinge mitbekommen habe, dann wahrscheinlich mein Elternhaus auch. Und genau weil ich in diesem Land lebe und immer so ein bisschen zwischen den Welten stand, habe ich mich natürlich dann mit der einen und der anderen Seite intensiver beschäftigt. Und wenn du anfängst, dich mit African American History oder Identity auseinanderzusetzen, dann kommst du ja ganz schnell, also the first word is African, you know. Dann kommst du ja ganz schnell zu Garvey, dann kommst du ganz schnell zu den Pantern, dann kommst du ganz schnell Pan-Afrikanismus, kommst du ganz schnell zu einem globalen Verständnis einer African Community. Ja, also es ist ein natürlicher Weg dahin, glaube ich. Auch wenn man sich in die Hip-Hop-Kultur so reindenkt, sich da rein fühlt, sich da rein studiert, dann merkst du ja auch ganz schnell, es geht ganz schnell in die Richtung Kontinent Brau. Also, weißt du, was ich meine? Besonders die Anfänge, in Anführungsstrichen Hip-Hop ist 40 Jahre alt, würde ich einmal kurz als Nebensatz sagen. Wir müssen aufhören mit dieser hängen gebliebenen Art immer zu sagen, das ist Hip-Hop und wir sind erstmal 40, das ist gar nichts für Musik. Wir können uns, wir dürfen uns durchaus weiterentwickeln und ausprobieren. Aber das nur als Nebensatz. Und wenn man sich halt da die Anfänge besonders anguckt, dann sieht man den Link dahin. Some people even say, Rap is rhythmic African poetry, right? Hast du es jemals gehört? Ich habe das mal so mitbekommen, aber ich habe mich natürlich nicht so richtig mit dieser Aussage auseinandergesetzt. Also, wenn man wirklich an den Kern rangeht, dann checkt man ja ganz schnell die Erfahrung, ein schwarzer Mensch in einer Gesellschaft zu sein und aufgrund der Hautfarbe so irgendwie an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden, hat doch genau das dann entstehen lassen, so mehr oder weniger als Sprachrohr. Also, ich sehe da schon einen Link, aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich so ein bisschen ein cultural Approach da bei Hip-Hop habe. Du hättest dich auch für was anderes entscheiden können. So, wenn ich jetzt zum Beispiel auch dich sehe, so dein Look ist ja auch sehr, er sagt was aus. Was sagt er denn aus, Bruder? Wenn man dich sieht, du hast Dreads, wo ich sage zum Beispiel, du könntest dich auch dafür entscheiden, deine Haare kurz zu schneiden, Bart weg und alles, dir eine Krawatte anzuziehen oder was auch immer, um zu versuchen, irgendwie irgendwo anders reinzupassen. So, aber in der Art, wie du aussiehst, also du wirkst halt für mich jetzt oder für jemanden, der dich auch nicht kennt, so du gehst schon fast so in Richtung Bob Marley vom Look her so. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. So, das sagt ja was aus. Also, ein Mensch, glaube ich, der sich nicht mit Rap oder was auch immer beschäftigt oder mit schwarzer Kultur, wenn er dich sieht, würde er wahrscheinlich denken, oh, der sieht ja aus wie Bob Marley. Ja, ja. Und damit sagst du ja auch was aus. Aber du kennst es genauso gut wie ein, keine Ahnung, Lewis Hamilton oder so, damals noch. Ja. Haare schön kurz machen und was auch immer. Warum hast du dich aber dafür entschieden, diesen Weg zu gehen? Ich glaube, das wurde für mich entschieden. Okay. Krass. In dem Moment, wo ich das, wo ich mich immer mehr mit mir selber entschieden habe, dann trägt sich das irgendwann natürlich auch nach außen. Ein stabiler Freundeskreis, das Studium hat mir natürlich sehr, sehr viel geholfen, um einfach so historische Connections auch zu machen, um da Verständnis zu haben, Parallelen zu ziehen. Bruder, ich komme aus einem Bereich, wo ich eigentlich nur so African American Culture kenne. Dann kam ich nach Berlin, sehr, sehr viele so Westafrikaner und so kennengelernt und voll viele Parallelen gecheckt, so. Ne? So Lebenserfahrung ist da auch. Dann würde ich auch kritisch dazu sagen, dass die Gesellschaft ist einem auch sehr, sehr, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mich, ich hatte mal kurze Haare in meinem Leben, da war es auch nicht signifikant anders so. Okay. Und dann trägt sich das nach außen, Bruder, also ich finde meine Identität schon ziemlich, ziemlich geil, so. Ich fühle mich dann schon sehr, sehr wohl. Ja, ja. Also geht schon klar für mich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist das mit Afrikas. Cool. Ne, weil die Frage war eher so gedacht, du hättest ja die Wahl gehabt, dir das Leben leichter zu machen, würden andere meinen, ne? So warum hast du ja auch so dreads? Warum trägst du so ein Bart? Mach doch weg. Also wie zum Beispiel Muslime auch, die einen Vollbart tragen, so. Die würden das auch leichter haben, wenn sie den Bart weg machen, vielleicht keine Ahnung. ich kenne einen Kollegen hier, einen Freund aus Berlin, der ist zum Beispiel Türke, aber der sieht eigentlich gar nicht wie ein Türke aus. Vor allem, wenn er den Bart wegmacht, sieht man das gar nicht. So, und es gibt ja Menschen, die sich wirklich dafür entscheiden, zu sagen, ich mache mir das Leben leichter, indem ich mich mehr irgendeinem Bild anpasse, jetzt sage ich mal dem westlichen Bild, so in der westlichen Norm irgendwie, um einfach ein leichteres Leben zu haben, dass mich nicht jeder die ganze Zeit drauf anquatscht, warum ich so rumlaufe, warum dies, das. So, und wenn man dann trotzdem, die Richtung, das ist ja genauso wie mit afrikanischen Frauen, schwarzen Frauen. So, du hast dieses Weave-Tragen zum Beispiel, diese geglätteten Haare, im Vergleich zu einfach Afro zu tragen oder was auch immer. Vielleicht auch schon in diese Richtung zu gehen, wo der eine oder andere sagen würde Nappy zu gehen oder so, oder Natural, wo ich sage, ich persönlich feiere das mehr, ich finde das cooler, so, weil ich es auch geil finde, wenn Leute einfach zu dem stehen, wer sie sind, was sie sind, und sich nicht versuchen, irgendwie so eine Sache unterzuordnen, die wir halt einfach nicht sind. Also ich verstehe 100% was du meinst. Ich glaube bei mir, ich habe gar nicht so die Wahl gehabt, Bruder. Also für mich war das ganz, ganz klar, ich möchte einfach mich so nach außen tragen, wie ich mich fühle. Und dann hat sich das so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, ich habe auch mal so Diskussionen geführt, zum Beispiel mit geglätteten Haaren oder nicht. Am Ende des Tages, Bruder, ist glaube ich jetzt meine Identität einfach Selbstbestimmtheit. Ich glaube nicht, dass es so eine Art gibt, wie wir zu sein haben oder wie ein Afrikaner oder eine Afrikanerin sein sollte. Ich glaube, in Selbstbestimmung. Das ist das neue Ding so. Ganz wichtig, ja. Jeder, jede, jede schwarze Frau soll ihre Haare genauso tragen, wie sie das möchte. Und kann genauso gut und genauso legitim afrikanisch sein. Und jeder schwarze Mensch kann seine Haare genauso tragen. Es ist schön, dass es immer mehr sind, die so diesem europäischen Schönheitsstandard natürlich widersprechen. Das finde ich natürlich, ich persönlich natürlich auch schön. Aber ich glaube, es geht vielmehr um so ein Selbstbewusstsein und ein selbstbestimmtes Leben. Richtig, ja. Bei mir war das so, ich habe so einen kleinen Rebell in mir. Ich möchte mich einfach nicht anpassen. Ich kann mich nicht anpassen, aber ich krank und schwach und das geht nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Gar keine unwichtige Frage, die hast du bestimmt schon mal auch beantwortet, hier und da. Wie bist du überhaupt zu Rap gekommen? Durch Jazz. Durch Jazz, Bro. Durch Jazz, Mann. Also ich habe ja so irgendwie Trompetenunterricht und so genossen. Beziehungsweise, da muss ich auch, früher habe ich das immer so gesagt, ich habe es genossen. Mittlerweile habe ich gemerkt, so meine, vor allen Dingen meine Mutter, Bruder, die hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, um mir das möglich zu machen. Und es gab bestimmt auch Phasen, wo ich echt wenig geübt habe und wenig dankbar war, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was meine Mama da für mich tut. Von Essen heiß machen, von der Schule abholen, schnell hinbringen. Musikunterricht ist auch relativ teuer und so. Also da würde ich gerne mal Shoutouts an meine Mames geben. Ja, hat sie verdient. Aber ja, mein Haushalt war immer sehr, sehr musikalischer. Viel Jazz, viel Blues, viel Soul. Und das ist ja im Grunde genommen die Seele von Rap. Ich glaube, Curtis Blow waren so die ersten Sachen, die mein Vater mir dann gezeigt hat. Muss ich selber mal gucken. Aber das ging dann ziemlich schnell. Das ist ja, wenn du, jeder Mensch, der sich, wie hast du vorhin schön gesagt, ich bin, ich liebe Hip-Hop über alles. Jeder Mensch, der dieses Gefühl so nachempfinden kann, kennt diesen ersten Moment so, Digger, was ist das, Alter? Was machen die da? Rap, was ist das? Was ist das? Wie geil ist das? Und so war der Moment eigentlich, dass ich sozusagen Jazz gehört habe, in cool, sage ich jetzt mal. Jung, in frisch, in vielleicht sogar ein bisschen radikal. Du hast gerade was Cooles gesagt, diese erste Moment. Weißt du noch, welcher dein erster war noch? Curtis Blow, 100%. Also Hip-Hop? Curtis Blow. Él macht Hip-Hop? Kenn ich gar nicht. Curtis Blow, The Breaks, bro. Doch, wenn du es hörst, wirst du jetzt denken, oh doch, safe, 100%. Okay. So Sprechgesang-Style halt einfach. Was trotzdem auch in diesem flashigen Sound war, wie die Videos und diese Ästhetik damals war, aber trotzdem einfach voll so cool und jung. Und dann, irgendwann, ein bisschen später war es natürlich dann das Zeug so, was mein größerer Bruder gehört hat, was die Coolen gehört haben. Aber mein erster Moment war, mein Vater hat mir eine Platte gezeigt, der hat mir früher viele Platten vorgespielt. Und das hat mich einfach erwischt, weil es was Frisches, was Neues, was anderes war. Ich kann mich noch an meinen Moment erinnern, da war DMX, das erste Album, das Intro, das war mein erster Moment. Das sind so diese Charaktere, diese faszinierenden Menschen und Charaktere, wo man merkt, was die leben, ist Hip-Hop. Da checkt man dieses, ist bigger than this music. Das merkst du an DMX. Der ist da lebendig geworden und vielleicht sogar wird er irgendwann an diesem Hip-Hop-Lifestyle kaputt gehen vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Weiß man nicht. Ja, aber das ist echt, für mich auch... Boah, dann hattest du schon einen richtig krassen Einstieg in diese Rap mit DMX. Ja, gleich so. Na, aber cool, seitdem man dann auch immer weiterentwickelt und andere Sachen gehört und versucht zu lernen und so weiter. Also ich bin, das ist verrückt, also du kannst alles nehmen so, du kannst mich in den Raum sperren irgendwie für, was weiß ich, wie viele Wochen, Monate, aber solange ich Musik habe und vor allem Rap, bin ich safe. So, das ist krass. Safe, safe, safe. Gibt einem sehr, sehr viel, vor allen Dingen, wenn man jetzt so ein bisschen älter ist und dann zurückblickt und sagt, okay, das hat mich einfach so die Hälfte meines Lebens begleitet, das ist krass. Krass, ne? Ja, ja. Dein Albumtitel, tut mir leid, ich springe immer so ein bisschen hin und her, wie mir die Sachen gerade einfallen. Perfekt, so wie ich. Ja, deswegen dein Albumtitel, 40 Acres and a Mule, was bedeutet das eigentlich? Also es gibt eine genaue politische Erklärung, 40 Acres and a Mule wurde als Kompensation für landwirtschaftliche Arbeit in den USA, als Kompensation für Sklaverei oder versklavte Menschen versprochen gesetzlich, wurde natürlich nie eingehalten und diesen legitimen Claim nach Reparation und Justice and Equality wollte ich in die neue Zeit, in die aktuelle Zeit reinziehen und habe mir dann gedacht, das Mule, was ein Maultier ist, eine Mischung aus einem Esel und Pferd, habe ich in Mula umgeändert, was halt so viel wie Cash bedeutet, um so diesen Haifisch-Kapitalismus, um diese Gesellschaft, Ellenbogengesellschaft, mein Haus, mein Boot, meine Frau-Gesellschaft, um das einfach in diesen Kontext reinzuziehen. Also ich wollte so diese Verbindung, das klingt vielleicht so ein bisschen hochgedroschen, aber ich wollte die Verbindung von Aktualität und trotzdem einer klaren Root und einer klaren Wurzel, die auch ganz klar, in meinem spezifischen Fall, auf den Kontinent zurückgeht. Cool. Und wenn wir jetzt von dem Titel sprechen, dann müssen wir auch zum Album-Cover kommen. Krasses Cover. Ja, Mann. Krasses Cover. Wie kamst du dazu? Auch, ich habe das gesehen, dann wusste ich es gleich, das ist das Cover. Ja. Wusste ich, hat 100% verbindet, also das sind so viele Details, Bruder, und ich sage dir ehrlich, mein Kopf, mein Kopf, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf und so viele kleine Sachen und ich, das Bild hat mir einfach alles gegeben, es hat bumm gemacht. Wie die so hinten telefonieren, wie vorne so diese, diese, diese kulturelle, diese unglaublich kraftvolle kulturelle Dings da ist, Figur, das ist, in New Orleans gibt es so eine Tradition, beziehungsweise ein Brauch, es gibt so Black Indians, verschiedene Tribes. Wusste ich gar nicht so. Ja, das war, das ist zurückzuführen auf zum einen rebellische Sklaven, die sich mit Indigenen gemeinsam zusammengeschlossen haben und sich dann gewährt haben gegen die Versklavung und zum anderen waren es Indigene, die auch Runaway Slaves so aufgenommen haben und zu Ehren dieser Connection hat man dann damals angefangen, sich zu kleiden wie die und hat das bis zum heutigen Tag, Bruder, das findest du bis zum heutigen Tag, ich glaube, heute gibt es sogar mehr Tribes als damals, ist eine sehr, sehr lebendige Kultur in New Orleans und natürlich ganz klar und als ich das gesehen habe, war für mich klar, genau das möchte ich, nämlich diese African-American ist, ganz klare afrikanische Connection, aber trotzdem so, sag ich mal, 2019, 2018 sehr, sehr aktuell und heute noch praktiziert. Also das Bild hat es dann nochmal mehr symbolisiert und verkörpert als der Titel. Ja, ich weiß nicht, mit wem du da zusammengearbeitet hast, aber diese ganze Kombination aus allem, also Titel, Artwork und auch Sound und alles, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das andere Menschen nachempfinden können, aber es gibt so Dinge, die geben einem so ein Gefühl, wo man denkt, und das hat es bei mir echt ausgelöst, also man kann, ich sage jetzt zum Beispiel gerne zu Sachen, habe ich auch zu Shahini in Bildern zum Beispiel gesagt, das hat für mich so einen amerikanischen Look, was auch immer das heißen mag, aber wenn ich das sehe, ich sehe zum Beispiel einen klaren Unterschied zwischen einem deutschen Rap-Album-Cover und einem, jetzt wie deinem zum Beispiel, wo ich sage, ich ordne das ganz woanders ein, also auch von der Ästhetik her, wo ich sage, das ist Kunst, das sieht für mich wirklich wie Kunst aus. Danke. Ist natürlich relativ so, jeder, weißt du, ist für jeden anders, aber wenn es irgendwie ein Level gäbe, wo ich sage, das ist Kunst, dann sage ich, dann ist das das so. Und wo ich denke, wie du sagst, diese Details, die da drin sind, von der Schrift auch irgendwie, von dem Album-Titel bis hin zu den Bildern und sowas, krass. Also, Parisa hat das übrigens gemacht, also das Bild, das Bild, das existierte schon. Habe ich direkt gesagt, ich brauche das als Cover, ich will das, dann habe ich den Chief kontaktiert und wer hat das Recht auf das Foto und so, lalalala. Den ich jetzt übrigens auch, im November fliege ich nach New Orleans, den werde ich auch jetzt treffen, das ist richtig, richtig geil. Das erste Mal dann auch? Das erste Mal werde ich hier treffen. Krass. So haben wir immer nur geskypt oder Internet, du weißt. Aber was für eine Connection, ne? Also du fragst irgendwie, du hast Interesse an dem Bild, ihr connectet und jetzt fliegst du dahin. Also meine ganze Familie ist ja da. Auch in New Orleans? Ja, ja. Cool. Ja, ja, mein Vater hat 13 Geschwister, ich habe 300 Cousins da. Ey. Die sind so asozial. Und in deutschen Verhältnissen, ja. Ja, ja, ich meine so bumm, asozial. Power. Mit Power gesagt. Aber auch da würde ich wieder sagen, es war der kulturelle Approach, oder wir wollten wirklich Culture, like a cultural Approach. Als ich das dem, das hat natürlich erstmal Mut gebraucht und das war diese Überwindung für mich selber. Dass ich ganz offen und ehrlich das dem gesagt habe, was mein Ziel war. Und wenn du dem aber sagst, ey schau mal, meine Connection ist auch zu New Orleans. Der ist Rasta. Seine Connection ist zum Kontinent ganz klar. Wir sind auch in New Orleans, muss man immer wissen, wir sind so eine Stunde von Kuba. Wir sind so voll viele Stunden von New York. Also es ist very Caribbean. It's also the black belt, you know. Vor Hurricane war es glaube ich 85% black. Ganz USA, 11%. Also es ist sehr, sehr, it's very Caribbean, maybe even African. Es geht eher in diese Richtung. Oder African American. Als Stadt und Kultur, die dort existent ist. Wenn du das dem sagst, ey, ich würde gerne diese Kultur auch hierher oder hier zeigen oder präsentieren, nach draußen tragen, das zaubert dem Chief natürlich auch dann irgendwie ein Lächeln auf die Lippen. Und genau darum geht es ja, irgendwie Brücken und Möglichkeiten zu finden, uns gegenseitig zu unterstützen und zu empowern. Ich glaube, das ist sozusagen der Kern von Pan-Africanism. Und ich würde gerne noch auf etwas anderes eingehen, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, ich checke 100% was du meinst mit dieser Ästhetik, dass wir auch ganz bewusst irgendwie versucht haben, international habe ich halt immer gesagt, weil wir haben oft einen sehr amerikanischen Fokus, Bruder. Wenn ich sage international, ich würde voll gerne auf dem Kontinent spielen, ich würde voll gerne in Australien spielen, ich würde voll gerne in Asien spielen, just to get the message out there, worldwide. Ich glaube nicht, dass wir uns so immer auf diese USA fokusen. Natürlich, Bruder, weil es dort ist Rap und Hip-Hop, das ist dort entstanden und das ist wahrscheinlich dort auch am größten, am stärksten zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich würde gerne voll gerne die Welt sehen und auch, schau mal, warst du mal in UK, April, Bro, was dort abgeht, was für USA, Bro, Frankreich, was, Belgien, was, we got a lot of people out here, Bro. Und was ist, wenn wir das, wenn es nicht mehr diese amerikanische Sound-Ästhetik wird, sondern eigentlich unsere eigene, wenn wir selber, und das ist wirklich der Kern von dem Ganzen, die Attitüde entwickeln, dass sie sagen, das ist unser Ding von hier und das bringen wir jetzt nach draußen. Und das kann international mithalten, wenn es das kann. Doch, doch, doch. Das müssen andere beurteilen. Vielleicht entwickeln wir diese Attitüde dahingehend, dass wir sagen, warum soll es denn nicht von hier auch kommen in dieser Qualität? Ja, aber dann muss es halt Leute geben, die aber auch den Mut haben, das zu versuchen, habe ich das Gefühl, vor allem hier in Deutschland. Absolut, da hast du recht, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann nur das, was ich mache. Ich glaube, wir sind momentan noch an einem Punkt, wo wir sehr viel US-Sound, US-Ästhetik so kopieren wollen und nicht verstehen, Alleinstellungsmerkmal ist doch deine eigene Story, Bro. Dass du nicht aus Detroit bist, sondern dass du aus XYZ bist. Dass du vielleicht Dinge miterlebt hast, anders erlebt hast, gesehen hast, die Leute dort nicht gesehen haben und dort nicht gesehen haben. Das ist deine eigene Geschichte. Wenn du da keinen Teil, zumindest ist es mein Ansatz, wenn ich diesen Teil nicht hervorhebe, dann habe ich kein Alleinstellungsmerkmal, weil in den USA gibt es Milliarden Rapper, die krass rappen. So, was ist deine Story am Ende des Tages? Im Grunde genommen, alles, das ganze Projekt an sich soll genau das widerspiegeln, was Maia eben da gesagt hat. Das ist ein selbstbestimmtes Handeln, was wir jetzt machen können. Und genau dieser Approach ist mir wichtig, dass wir selber entscheiden, das ist jetzt die Zukunft des Niveaus. Locker kommt es aus Deutschland. Warum nicht? So sollte es sein, ja. Warum nicht? Es ist ein vieles Menschen hier und es ist ein vieles Kultur hier. Und wir haben eine ganz andere Geschichte, wir haben eine gemischte Geschichte, wir haben eine Geschichte von African-American-Einfluss, wir haben auch viele Nigerianer und viele Ghanaer und viele Kameruner und viele Kongolesen und das kommt alles zusammen. Dann haben wir unsere Habischer Sisters and Brothers noch dazu und wir mischen Maschen und in Deutschland sind wir so eine gewisse Masche. Und wir können das auch jetzt sozusagen entwickeln und kultivieren und sagen, ey, wir wissen, was African-American-Culture ist, was Afro-German-Culture ist. Das können wir selber definieren, Bruder. Das ist eine sehr, sehr günstige Ausgangslage, vielleicht sogar im kulturellen Sinne für uns. Auf jeden Fall. Ja, weil wie du sagst, also die ganzen Völker, die du jetzt aufgezählt hast oder die Nationen, das sind ja alles Länder mit Kultur und mit ihrer eigenen Geschichte, eigene Kultur, eigene Musik, wo andere Leute sich dann auch sagen so, hab ich noch nie gehört, sowas ist ja, weißt du? Aber wir, manchmal habe ich das Gefühl, embracen das nicht genug, um zu sagen, lass mal was daraus ziehen. So wie es zum Beispiel heutzutage die arabischsprachigen, türkischsprachigen Künstler hier in Deutschland zum Beispiel machen, wo ein Mero dann auf einmal anfängt, irgendwie noch türkisch in den Text mit reinzubringen und diesen orientalischen Sound. Der eine oder andere mag sagen, das ist nicht sehr originell, aber ich sage, die nehmen das, was aus ihrer Kultur kommt und bringen das mit ein und das ist cool. Ja. Und das sollten wir vielleicht auch machen. Wobei man natürlich, da müssen wir ein bisschen so, das ist ein bisschen tricky, erstens, weil ich nicht so im Deutschrap drin bin und zweitens, weil ich hier gefühlt höre ich, Bruder, ich höre ja fast nur Afrika die ganze Zeit, diese Afro-Beat. Come on. Ja. Gibt's doch zu, Leute. Ich meine, also ich höre da sehr, sehr viel Einfluss. Ich checke natürlich 100 Prozent, was du meinst. Ich bin voll dabei, Bruder, ich bin voll dabei. Lasst uns wirklich unsere Köpfe dahingehend manipulieren, dass wir sagen, wir erfinden jetzt sogar eine neue, wir sagen, wir definieren das jetzt neu sogar. Also wir können uns aus dem Jazz aus Mali nehmen und das Essen aus Nigeria und wir nehmen uns den ägyptischen, den und dann in Sudan nehmen wir das und aus Südafrika nehmen wir das und African-American nehmen wir das und unsere kubanischen Freunde, die auch hier sind, nehmen wir da. Unsere Brasilianer sind auch da, nehmen wir da. Verstehst du, wie ich meine? Du musst halt die Schönheit in den ganzen Sachen erkennen können. Wir können selber das jetzt definieren und sagen, das ist jetzt hier, weil wir zusammengekommen sind und diese Mischung haben. Weißt du, wenn du jetzt hier, Kirche ist vielleicht nicht das geilste Beispiel, aber wenn du in eine Kirche oder eine Moschee gehst, African is a lot of people, bro. Es ist nicht nur eine Nation. Es sind viele Leute da. Also ich war in vielen schwarzen Kirchen hier in Deutschland. Da waren Leute von allen Nationen und es waren auch sozusagen schwarze Deutsche da und in der Moschee genauso. In diesem Sinne können wir das doch auch in Kultur und Musik und was weiß ich was sozusagen machen. Das ist der Ansatz. Cool. Ja, Mann. Eine Frage zu dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Warum hast du dich denn nicht dafür entschieden, einen Sound zu fahren, wo du sagen kannst, wenn ich das mache und diesen Sound nehme, der bei jedem ankommt und den jeder in Deutschland feiert oder wo auch immer, würde ich damit mehr Geld verdienen oder würde ich damit erfolgreicher sein? Machst du es dir nicht einfach und nimmst einen Sound, der da ist, der sich bewährt hat, wo man sagt, ja, es gibt 20 Lieder, die hören sich alle ähnlich an und alle von denen haben Erfolg. Warum nicht auch so machen? Ich glaube, weil ich eine andere Definition von Erfolg habe. Also Klicks in dieser Anzahl oder zwei, drei heiße Songs, das ist nicht so unbedingt mein Anspruch, Bruder. Auch wenn ich da wieder sagen würde, so ganz viel, was mit meiner Musik und so zu tun hat, ist ein Gefühl. Ganz viel ist ein Spirit. Ich weiß nicht, ob ich jemals ganz bewusst so diese Entscheidung getroffen habe oder ob das von vornherein so prädestiniert war im Sinne von, ich habe halt gewisse Musik gehört mit einem gewissen Anspruch und bin dann in diese Schiene rein und habe gemerkt, das ist mein Ding und bin dann sozusagen da weiter, habe vielleicht Feedback bekommen, habe vielleicht mal eine schöne oder zwei Nachrichten bekommen, die mir selber auch was gegeben haben und dann gemerkt, das ist mein Weg. Mein Erfolg ist, wenn ich einen Beitrag leisten kann, Bruder, wenn ich vielleicht Kultur schaffen kann, Bruder, wenn ich dafür sorgen kann, dass Menschen sagen, ja, so fühle ich mich auch und ich konnte das so nicht ausdrücken. Das sind ganz andere Dinge. Erfolg ist, wenn ich reisen darf mit meiner Musik, wenn ich an Orte komme, wo ich weiß, da wäre ich niemals hingekommen und dadurch wieder lerne und meinen Charakter bilden kann. Erfolg ist, wenn ich es schaffe, den Spagat zu machen zwischen dem akademischen Leben an der Universität und der Straßensozialisierung, wenn ich da nicht meine Connections zu meinen Menschen, mit denen ich sozialisiert bin und die ich sehr, sehr liebe, verliere. Erfolg ist, in diesem System nicht verrückt zu werden. Und da kann man ganz schnell verrückt werden, ne? Bruder, schau dich doch, wollen wir rausgehen? Wollen wir mal in die U-Bahn gehen und gucken, was im Westen, in Großstädten abgeht? Können wir gerne machen. Aber wir müssen nicht nur rausgehen, wir können auch einfach hier reingucken. Verstehst du, wie ich sage? Weil du auch schon gesagt hast, Klickzahlen und solche Sachen, was da im Internet passiert, finde ich das aber ganz auch verrückt werden, wenn du dich zu sehr damit beschäftigst. Ja, ja, hundertprozentig. Ich habe das Glück, Bruder, ich bin sehr spät dazu gekommen, Instagram und so. Ich bin auch, bis heute, das merken die Leute bestimmt voll der Laie, so, ich check gar nichts. Mit so reposten und habe ich echt Schwierigkeiten, müsste ich mich, das ist, das sind dann so bewusste Entscheidungen vielleicht, wo ich merke, okay, eigentlich müsstest du jetzt, wenn du karrieretechnisch denken würdest, müsstest du jetzt stramm diese Social Media fahren und müsstest eine Verantwortung, ich packe das aber nicht. Es gibt Tage, wo ich sage, I don't give a fuck, I wanna live, man, I wanna play the fucking trumpet, ich möchte Gitarre spielen, ich möchte Musik hören, ich möchte rausgehen oder nichts machen oder lesen und dann mache ich das nicht. Und das sind vielleicht diese bewussten Entscheidungen, wo ich mir diesen Freiraum behalte, Bruder, dass ich mich nicht zu sehr, das muss man so machen, aber wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du machen. Ich hasse sowas, kann ich ehrlich sagen, also vielleicht ist das auch ein sehr starkes Wort, aber wie du sagst, ich glaube nicht, dass es diesen einen Weg gibt, um zu sagen, der führt zum Erfolg, was auch immer Erfolg ist, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, Erfolg ist für dich, wir haben beide, glaube ich, eine andere Definition davon, was Erfolg ist, ist nicht automatisch damit verbunden oder 20.000 Klicks zu kriegen oder sowas. So und ich denke auch, wenn du in dieser Welt so bestehen willst und genauso den Erfolg einer anderen Person reproduzieren möchtest, dann ist das vielleicht der Weg, wo einer sagt, hey, du musst am Tag 20.000 Posts machen und du musst 10.000 Sachen kommentieren oder so, weil es bei ihm geklappt hat, kann sein, dass das eine Methode ist, die reproduzierbar ist, aber das ist nicht für jeden Menschen das Gleiche oder das Richtige, wo du sagst, du magst es vielleicht eher, dich mal zurückziehen zu können und einfach andere Dinge zu machen. Die Freiheit, Bruder, ich mache mich von gar nichts abhängig, ich finde diese Abhängigkeit halt crazy, dass man sich von, Bruder, ich will ja gar nicht anfangen, da muss ich mich ja aufrichten richtig, aber wenn wir jetzt anfangen Songs zu machen, die eine gewisse Länge nicht überschreiten dürfen, dann manipulieren wir das, was uns großartig macht und das finde ich echt befremdlich, wenn wir anfangen, sagen, ich muss an diesem Tag so und so viel Content. Bruder, dann ist kein Content mehr. Und das können sich dann vielleicht 10.000 Menschen mehr angucken, aber ob deren Interesse größer ist und ob sie das besser merken oder ob das eine größere Relevanz hat, weiß ich dann auch nicht. Ist auch gar nicht in meinem Sinne, das zu beurteilen. Ich versuche mein Leben auszuchecken und meine Position so gut wie möglich zu benutzen. Sehr schön. Ich glaube, ich, oft, und das habe ich gerade auch gemerkt, selbstkritisch gebe ich das mal zu, oft kommt da so ein Moralapostel schnell rein. Weißt du, was ich meine? Ah, die machen halt, I don't know, maybe it's your way. Das ist das. Hat jeder sein. Ich versuche mein, der ist anders als der Großteil. Das wusste ich aber schon mein ganzes Leben lang, dass ich vielleicht ein bisschen anders als die meisten Menschen bin und als die Masse. Am Ende, Bruder, wenn ich das noch sagen darf, ich weiß gar nicht, wer das war. Das war jetzt vor kurzem, habe ich so beiläufig auch so im Satz gelesen. Am Ende ist Hip-Hop immer noch Gegenkultur. Und wenn das Ganze im Einklang mit diesem Mainstream und mit den Gesellschaftlichen, was unsere Gesellschaft von uns erwartet und du weißt, worauf ich hinaus möchte, dann wird es auch für mich so ein bisschen kritisch zu sehen. Also ich glaube, das, was in dem Bereich, in dem ich aktiv bin, das ist eher eine Gegenkultur und ein Gegengewicht zum Status Quo, der sagt, ah, das ist es vielleicht nicht, was die dir sagen, dass das Erfolg bedeutet und das ist es vielleicht nicht. Das möchte ich nicht reproduzieren. Und dann, wenn die Positionierung so ist, dann ist natürlich auch in der Welt, in der wir leben, in der Gesellschaft, in der wir leben, kein Geheimnis, dass, wenn du dem entgegnest, dem Status Quo, dass du vielleicht nicht der Erfolgreichste auf der ganzen Welt wirst. Verstehst du? Ja, auf jeden Fall. Um das mal ein bisschen diplomatischer zu sagen. Ich hoffe, die Leute haben jetzt zwischen den Teilen lesen können, what I'm trying to say. Also wenn du nicht mitmachst bei der Scheiße, so dann wird es auch schwer, gepusht zu werden, Sponsoring zu bekommen, Werbung, whatever, was auch immer man macht oder möchte. Die Aufmerksamkeit gibt es halt nicht, wenn man sagt, ah, der Künstler, der macht mit so Corporate Firmen, arbeitet der nicht zusammen, wenn das dann in einer Stadt schon bekannt ist, oder? Und ich spreche da aus persönlichen Erfahrungen, dann ist das halt so. Dann geht es langsam, dann findest du Stück für Stück vereinzelt Menschen, die deinem Team angehören. Vielleicht ist das der langsamere Weg, für mich ist es der stabilere Weg. Ja, sehr gut. Eine coole Einstellung. Weil ja, es gibt verschiedene Wege irgendwie. Entweder du willst den, was heißt schnelleren Weg, aber diesen sicheren, wo du sagst, du lässt dich von äußeren Einflüssen, also du wirst sowieso immer von allen Einflüssen geformt, aber du musst ja auch für dich entscheiden, was du aufnehmen willst und was nicht. So, wenn einer auf einmal anfängt zu sagen, oh, ich weiß nicht, so der Beat, so willst du nicht vielleicht was, was ein bisschen Elektro irgendwie hat, weil das ist gerade so im Kommen und der eine sagt, willst du dich nicht vielleicht mal ein Ding anziehen, so eine Jeans und dies und das. So, am Ende hast du zwar das Geld dann oder was auch immer und die Publicity, bla, 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 aber du bist dann einfach nicht mehr du. Also so sehe ich das zumindest. Und klar, wenn man dann in eine andere Richtung schwimmt, hat man es schwieriger, aber dann finde ich, persönlich hat man dann auch keine Ahnung, was Hip-Hop ist. Also Hip-Hop ist ja nicht nur der Sound, wo du sagst Boom, Bap oder was auch immer, sondern das habe ich jetzt bei mir auch entdeckt, dass ich manchmal mit Musik noch mehr connecte, wenn ich mich mit der Person auch beschäftige, wofür sie steht. Und wenn ich merke, zum Beispiel Meek Mill oder so. Früher war, ich weiß es nicht, vor ein paar, zehn Jahren oder so, da haben manche Menschen über Meek Mill gelacht. So, warum auch immer. So heutzutage, ich höre seine Musik, ich kenne seine Geschichte, ich weiß, was mit ihm passiert ist, ich weiß, was er machen will. Jetzt höre ich seine Musik auch komplett anders. Jetzt klicke ich auch viel mehr. Deswegen Hip-Hop oder Musik generell ist für mich nicht nur einfach der Ton, sodass ich nur was zum Feiern habe oder für gute Laune oder zum Nachdenken, sondern ich muss auch verstehen, was der Mensch dahinter eigentlich bewirken will. Und wenn ich aber jetzt von dir erwarte, dass du eine Schiene fährst, nur damit ich das habe, was ich will, so, oder was der Mainstream will, dann habe ich gefühlt auch, glaube ich, nicht verstanden, worum es überhaupt geht. So sehe ich es zumindest. Da bin ich, würde ich auch so unterzeichnen. Auch wenn man natürlich als Person, die dann schafft, also als Schaffende, ist es natürlich eine andere Perspektive, weil mich trifft es, also es kann, was heißt mich trifft es? Wenn jetzt Menschen sagen beispielsweise, Bruder, weil es geht hier um Erwartungshaltung und so. Mich trifft es schon gewissermaßen, wenn ich merke, Menschen haben eine Erwartungshaltung von mir. Die erwarten einen gewissen, also Leute, bei allem Respekt so, ich versuche mich selber irgendwie zu verwirklichen und auszudrücken. Man kann nicht einen gewissen Sound von mir erwarten, man kann nicht einen gewissen, nur für was ich stehen möchte, Ehrlichkeit oder was auch immer. Das sind eigentlich die Attribute, die sozusagen dann Juju ausmachen und nicht eine Soundästhetik, sondern einen Charakter, der Charakter, der dahinter steht sozusagen. Ja. Der sich natürlich auch über die Zeit dann formt oder manifestieren kann. Meek Mill kann man halt irgendwie sieben, acht Jahre später dann auch besser verstehen, weil er mehr Content hat, weil mehr Songs da sind, die seine Geschichte erzählen und so weiter und so fort. Aber darum geht es ja, den Charakter dahinter den Leuten zu präsentieren und zu sagen, ich versuche in der Zeit, in der wir wie Fahnen im Wind so, schwenken, versuche ich wirklich für etwas zu stehen. Ich habe definitiv nicht die Antworten so. Ich suche sie aber und ich glaube, das macht es für manche Menschen speziell oder macht es besonders, dass sie merken, da versucht jemand für etwas zu stehen. Sehr cool. Wie kam es euch zu dem Namen, frage ich mich. Juju Rodgers. Ja. Oder Shoutouts an meine Moms. Mein Government Name ist Julian. Und meine Mama hat mich einfach als kleines Kind schon immer Juju genannt. Irgendwann hat es jemand aufgeschnappt und in der Schule und dann ist es dabei geblieben. Rajis ist mein echter Name. Okay. Und macht Sinn. Also ich rappe jetzt nicht mit einem alter Ego und war früher mal. Aber als ich dann so gemerkt habe, ich möchte gerne aus meinem echten Leben so Storys erzählen, habe ich dann einfach den Namen genommen. Klang auch damals cool und hat schon gepasst. Passt heute auch noch. Ja. Cool, cool, cool. Im Laufe der Zeit habe ich dann zwei kleine Storys. Einfach Juju ist einmal in West-Afrika auch so eine Force, so eine Kraft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ja, kenn ich. Bei manchen People, wenn ich so sage Juju, dann oha. Und natürlich Julian Juju Marley, der Sohn von Bob Marley. Hieß auch so. Krass. Wusste ich gar nicht. Ja. Das ist übrigens ein Traum. Wenn er jetzt hier zuschaut, Julian, wenn du zuschaust. Ja. Ich würde voll gerne mal mit dir Musik machen, Bruder. Ja. Das wäre schon krass. Das wäre geil. Ich habe mich mal in Würzburg auf dem Afrika-Festival gesehen. Das wäre krass. Ja. Weißt du, was auch krass wäre? Habe ich mal gedacht. Ich habe das auch mal unter irgendwas von dir geschrieben. Ich weiß nicht, ob es ein Post war oder was das war. Rhapsody. Das wäre ein Ding für mich. Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre natürlich ein Traum. Ich habe mir mit Samper, fand ich auch schon krass auf dem Album, so Samper the Great. Ja. Ja. Aber Rhapsody wäre schon. Wäre auch nochmal. Wäre nochmal. Das wäre ein Ding, ne? Ja. Ist sie nicht irgendwie auch ein bisschen einschüchternd? Weil die ist ja ein Monster am Mic. Also nicht zu sagen, dass der eine das ist und der andere nicht, ne? Ja, 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 ja. Aber die ist halt so echt, wo ich sage, pfff. Bruder, ich glaube, ey. Ich glaube, ich sage dir ehrlich, ganz Rap-Attitude-mäßig. Ich glaube, der Juju läuft so hoch vor, auch wenn er dann mit so einem Biesten im Dings ist. Weißt du? Ich würde mir die Blöße nicht geben wollen, Bruder. Ich würde dann wirklich auf Top-Form kommen. Ja. Wollen zumindest. Ja. Das ist auch das Geile, ne? Also so sehe ich das zumindest. Also deswegen finde ich so Kollaboration auch geil, weil du sagst, sie steht drin, sie macht ihr Ding und du hörst so, ne, was ich da geschrieben habe, da muss nochmal mehr reinkommen. Ja, ja. Und da schaukelt man sich gegenseitig so hoch, aber im Guten. So nicht zu sagen, ich muss unbedingt besser sein, um den fertig zu machen, sondern dass dann das Endprodukt am Ende noch geiler ist. Dazu auch vielleicht ein kleiner Dings. Shoutouts auch an den Bruder Serious Client. Wir telefonieren viel, wir schreiben viel. Wenn dir das noch nicht sagt, bitte check den Namen aus. Den Namen kenne ich schon, man muss nochmal reinschauen. Hammer, Bruder. Wirklich. Auch ein Wahnsinns-Album, oder was? Serious Client, so wie man es hört auch? Serious Client, so wie man es hört. Und wir haben viele so, wir haben so, unsere Beziehung hat zueinander sehr, sehr kritisch, so ein bisschen kritisch angefangen und wir geben uns so Reality-Checks sehr viel. Und dann haben wir ihr gesagt, das ist wie zwei Messer, die sich permanent einfach schärfen, Bruder. Wir brauchen dieses Verhältnis zueinander, dieses sich schleifen, Bruder. Und ich glaube, mit einer Person wie Rhapsody ist das natürlich aus meiner Perspektive dann bombastisch. Wie es für sie dann aussehen würde, ist eine andere Frage, aber das wäre ein bombastischer Mond, Mann. Ist alles möglich heutzutage. Safe, Mann. Krass. Safe, Mann. Wir sitzen auch hier. Absolut. Das finde ich immer so einen Moment, wenn du so denkst, krass, das sind Menschen, die siehst du irgendwie am Fernsehen oder auf YouTube oder hörst deren Musik so und jetzt, wenn man dann einfach so da sitzen kann und machen kann, so das ist vor allem durch Social Media, das hat auch gute Seiten, ist krass einfach. Weil was hättest du früher machen müssen, um mit irgendwelchen Leuten connecten zu können? Hundert Prozent, Bruder. Die Welt ist klein geworden und gleichzeitig entdeckt man seine eigene Kraft. Auch das ist wieder empowernd. Speaking things into existence. Gedanken, die du jetzt hast, die du dir wünschst, die du, wenn du alles dafür tust, alles in die Wege leitest, Bruder, dann manifestieren sich die Dinge manchmal auch. Kommt natürlich immer darauf an, was. Aber man kann schon dahingehend arbeiten, sich so Träume zu erfüllen. Ich glaube, eine gewisse Humbleness ist wichtig und auch ein Verständnis über die eigenen Privilegien. Das ist immer wichtig. Also es gibt schon Gründe, warum wir beide jetzt auch hier sitzen und nicht im Görlitzer Park stehen müssen und Zehner Weed verkaufen müssen. Also das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass es da Gründe gibt. Und gleichzeitig, ja, verstehen, wie stark wir sind, Bruder. Wir können das beeinflussen, wir können das manipulieren, wir können das sogar kreieren, wir können es erfinden, definieren, alles. Ja, aber das, was du sagst, deswegen finde ich es krass oder was heißt krass, aber stark, dass du Leute mit King ansprichst. Du warst der erste Mensch, der mich so angesprochen hat. Wirklich, Bruder. Ja, wo ich denke, was musst du für ein Mensch sein, dass du zu einem anderen Mann King sagen kannst. Das spricht dann auch von einer gewissen Humbleness, aber nicht im Sinne von, du denkst, du bist weniger als ich oder was immer, sondern man sieht, ich habe das Gefühl, du siehst den Wert in deinem Gegenüber, wenn du das sagst. So wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau auch Queen nennen würde. So, ich sehe den Wert in ihr. Deswegen nenne ich sie so. Nicht, weil sie besser ist als ich oder was auch immer, sondern ich sehe diesen Wert. Und das fand ich krass, muss ich sagen, weil heutzutage jeder sagt Bruder oder Bro oder was auch immer. Das ist einfach so ein Sprachgebrauch, aber es hat irgendwie hier und da auch seinen Sinn verloren, weil Worte werden auch teilweise einfach nur benutzt, um sie zu benutzen. Aber das zum Beispiel war für mich so krass. Die Props muss ich auch direkt weitergeben an meine Rasta-People. Das ist Lions, Den und alles, was da, also das ist so eine Crew hier, alles, was da so außenrum ist, der Dunstkreis da außenrum, haben mir einfach sehr, sehr viel mitgegeben in Sprachgewalt. Wie kann ich mich ausdrücken? Wie kann ich, so in diesem Rasta-Ding ist so die Analyse der Sprache und das Aufbrechen von Wörtern und so, ist mir aufgefallen, ist sehr, sehr wichtig. Und ja, wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht, aber du hast vollkommen recht, weil das erste Mal, als ich King genannt wurde, war eine ähnliche Reaktion, weißt du? Auch da wieder, Bruder, wenn ich diese Einflussmöglichkeit habe, den Menschen, die um mich herum sind, vielleicht zu vermitteln, ey, wir können uns, das gibt jemandem was, das gibt deinem Bruder, deiner Schwester was. Wobei wir auch immer aufpassen müssen, Bruder, dieses Queen-Ding, das geht auch manchmal in eine falsche Richtung, das geht um Selbstbestimmung. Richtig. Jeder Mensch soll selber, ne, viele Frauen fühlen sich von diesem Queen-Ding auch gar nicht, fühlen das gar nicht so, was ich auch nachempfinden kann. Aber wenn ich meinem Bruder oder meiner Schwester dieses Gefühl von Empowerment in Royalty geben kann, which I believe, I believe, like African people, ich liebe einfach die Kultur, die ich bislang kennenlernen durfte, ob das im Sudan war oder ob das hier ist, ob das in New Orleans ist. I don't know, es gibt mir ein schönes Gefühl und fühlt sich auch richtig an, fühlt sich natürlich an, besonders wenn man die Zeit hat und tippen kann und so, dann kann man schon sich überlegen, welche Worte man benutzt. Und wenn es so ein kleines, oder schau mal, wenn wir jetzt hier sitzen und darüber reden, ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, wenn es so ein kleines Wort ist, weißt du, was ich meine? Just imagine what we could do. Wie weit das Ding so... Man unterschätzt das, ne? Na klar. Was für eine Kraft Wörter haben können, wenn man sie richtig nutzen möchte. Also was heißt richtig, ist auch wieder eine Frage, aber ich meine, ich kann Worte benutzen, um dich zu beleidigen oder runterzudrücken oder durch einzelne Sachen dafür sorgen, dass du dich ein bisschen besser fühlst, so. Und da steckt schon sehr viel drin. Sprache. Wie bist du überhaupt zu diesem Flow gekommen, den du hast oder der Technik, wie man auch immer das nennen mag, das ist ja auch Wahnsinn. Ich würde jetzt voll gerne hier sitzen und so eine voll geile Geschichte wie Rakim erzählen, der so sagt, der hat nämlich Saxophon gespielt und der hat dann so gerappt, wie er Saxophon gespielt hat. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, it makes a lot of sense. Ich singe oft Melodien so, bevor ich die rappe. Aber wie genau, das ist gar nicht so ein bewusster Prozess, Bruder. Ich versuche mir wirklich dieses Spielerische zu erhalten, ich mache einfach, wie ich mich fühle. Wie ich mich fühle. Ich glaube, nach den letzten Projekten, Leute wie Odyssey oder so haben mir dann immer gesagt, ey Bruder, versuch ein bisschen mehr Gesang da reinzubauen. Probier dich aus, Dicke, hab keine Angst. Und es ist, glaube ich, diesmal ganz gut gelungen. Einfach ein bisschen freier, offener, nicht so statisch 16er rappen. Verschiedene Flows ausprobieren. Vielleicht mit Stimmlagen ein bisschen spielen. Sogar mit Effekten ein bisschen spielen. Frei sein, Bruder. Und so entwickelt sich dann über die Zeit ein eigener Stil. Auch wieder, da sind wir auch wieder bei dem Thema Alleinstellungsmerkmal. Viele Rapper klingen wie andere Rapper, Bruder. Weißt du, da hörst du ganz genau, okay, Bruder, du hast jetzt eins zu eins hier diesen Flow von diesem Song genommen. Das ist dann so, manchmal passt es, manchmal ist es eher so, ach. Und ich glaube, über diesen kindlichen, nicht kindischen, aber über diesen kindlichen Approach, den ich im Studio dann habe beim Rappen, entsteht dann so ein eigener Stil so ein bisschen. Wenn man das sagen darf. Kann man, kann man. Ich habe mich, wie du sagst, du hast es ja oft, dass viele Leute ähnlich klingen und so. Oder der eine nimmt sich was von dem anderen und ich habe mich gefragt, nach wem klingt der denn so. Und ich konnte das nicht wirklich sagen. Das war so, zum Beispiel, kann man das sagen, weiß ich nicht. Aber ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, ich habe so auch dieses, so etwas Reggae-haftes, Raster-mäßiges, auch ab und zu in den Sachen gehört, in dem, was du sagst oder wie du die Sachen sagst. Wo ich sage, das war eine Mischung aus vielen verschiedenen Sachen, die aber dann insgesamt einen coolen Sound machen, zu den ich so nicht kenne. Ich kann jetzt keinen zweiten nennen, wo ich sage, der klingt genauso. 100 Prozent oder wie, also Roots-Reggae hat einen sehr, sehr großen und Dub-Musik hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich und das Album gehabt, die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Da habe ich mich getraut, ein bisschen Elemente davon zu nehmen. Jazz ist natürlich immer dabei, Trompete gespielt, die ganzen Musiker, die drauf sind, das sind so Kubaner, Brasilianer, weißt du, da kommt schon aus Havanna, aus Recife, kommt dann schon diese Spirit mit. Also haben wir auch einen etwas mystischen Klang. Und trotzdem am Ende des Tages halt immer noch Rap und Hip-Hop, ein bisschen Soul vielleicht gemischt. Der Hauptproduzent, DYA von Moda, kommt eigentlich so aus dem Hausbereich. Das heißt, da kommt auch so viel Atmosphäre. Einfach die Birne offen lassen, Bruder. Sehr gut. Die Birne offen lassen und musizieren und danach entscheiden, okay, cool, nicht cool, da können wir noch ein bisschen arbeiten, lass mal da das probieren. Nicht von vornherein statisch rangehen und sagen, ich möchte genau so rappen oder so. Wir haben jetzt, das ist ein bisschen Kritik, aber gehört auch dazu. Wir sind gerade, habe ich das Gefühl, in einer Zeit, wo sehr, sehr viel ähnlich klingt. Ja, was schade ist. Ob es schadet, es müssen andere Leute. Also für mich. Für mich auch, für mich auch, für mich auch. Aber also offensichtlich gefällt das auch vielen Menschen und das muss ich respektieren und das respektiere ich auch. Für mich ist es immer so ein bisschen eintönig. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein kleines bisschen wieder verschiebt. Aber hat man ja das Gefühl, wenn man sich anguckt, so Leute wie Kimo oder sonst was, die kommen. Und dann wirklich mal so was raushauen. Baba, bro. Ja. Baba, bro. Ich setze eher da an, dass ich so kindlich versuche, einfach mich auszuprobieren. Cool. Hast du auch selber was eingespielt, trompetenmäßig so? Warst du auch du dann? Ja, jede Trompete, die ihr auf dem Album hört, habe ich selber eingespielt. Ja, cool. Ich glaube, das ist das Privileg, das ich habe, Bruder, dass ich jetzt irgendwie ein zweites Album machen durfte, das noch mehr in die Tiefe geht, wo ich noch mehr ein bisschen zeigen konnte, so wer bin ich. Es ist mehr Gesang drauf, ich bin jetzt zum ersten Mal mit Trompete drauf, erstmal ein deutscher, ein ganzer Vers drauf und so weiter und so fort. Weißt du, ich meine, ich glaube, es geht einfach um Longevity und mein Bruder Abso hat, wie heißt es, Long-Term-Mentality, you know what I mean? Ich wünsche mir, dass ich auf der Tour, ich spiele im Februar eine Tour, dass ich da dann auch auf der Bühne live Trompete spielen kann. Ich möchte einfach eine Experience machen, Bruder, auch da wieder sagen, schau mal, wir bringen heavy, heavy Culture hier aus diesem Land, das African Culture. Cool. Planst du nach Hamburg zu kommen irgendwann, um dann erst zu machen? Bruder, ich muss nach Hamburg, ja. Mojo. Also, kennst du das? Ich habe, glaube ich, schon mal im Mojo gespielt. Ja. Ich habe mal in diesem Hacken und im Mojo gespielt. Okay. Aber ich glaube, da ist auch auf der Tour was geplant, safe. Dann bin ich da. Ich bin ein großer FC St. Pauli-Fan, wo da gebe ich zu. Und jetzt haue ich eine Story raus, ich weiß nicht, ob ich es darf. Darfst du? Von mir aus auf jeden Fall? Mr. Abel wurde Kapitän vom magischen FC St. Pauli, von dem ich echt großer Fan bin, wirklich so ein bisschen hängen gebliebener Fußballfan. Dann gebe ich zu. Warum nicht? Der Kapitän ist auch ein Brother aus Hamburg. Der hat da irgendwann Babylon gepostet. Ich bin wie ein Fan, wo ich richtig abgegangen bin. Das hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Dein Song? Ja, Mann. Krass. Also an dieser Stelle ganz viel Kraft an FC St. Pauli. Wo hast du das Video überhaupt gedreht? In Marokko. Marokko in den Bergen. Ja. So auf zweieinhalbtausend Meter. Extra dafür hin oder einfach im Urlaub da gewesen und dann? Nein, nein, schon extra dafür hin. Geht ja heutzutage, sage ich ein bisschen mit Charme, aber geht ja heutzutage relativ billig. Ja. Ja, ja, ist so. Und bei dem Song, es war für mich so, Bruder. Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich das gerne außerhalb von Babylon drehen. Das war mein Approach. Ich wollte aus Europa sozusagen raus und wollte voll gerne auf den Kontinent. Ja. Für Senegal und so lang, das ist halt nicht. Klar, klar, klar. Ja, ja, ist halt ein bisschen Cosmos. Ich bin da in die Wüste oder ein bisschen in die Berge und hat Soundästhetik, ich meine so diese visuelle Ästhetik hat es auf jeden Fall gut hergegeben. Dieses irgendwo anders, der ist auf jeden Fall woanders, wo genau, weiß man nicht, aber ist auf jeden Fall woanders in der Natur, näher an sich dran, so Meer, Berge, Nature. Ja, aber ich war mir auch nicht sicher, wo das war. Also von mir aus hätte es auch wirklich irgendwo in den USA sein können. Von der Straße her und der Umgebung, ich war mir echt nicht sicher. Nee, nee, war schon hier. Cool. Aber jetzt hast du auch schon was angeschnitten, was ich auch fragen wollte. Was ist Babylon eigentlich für viele Leute, die das gar nicht wissen? Also ich kann euch jetzt natürlich nur eine ganz subjektive Definition geben, was für mich, was es für mich symbolisiert, ist einmal natürlich die aus der Bibel, die alte Geschichte und ein ganz großes Ding in Rastafari. Aber Babylon symbolisiert eigentlich den Dekadenten, für mich industrialisierten Westen, der einfach in so einer unfassbaren Dekadenz lebt, dass er gar nicht mehr checkt, dass eben jene Moral und Ethik, auf die er sich beruft, überhaupt, also überall auf der Welt, wie ausgelöscht ist und dass viele Menschen in unglaublich schlimmen Verhältnissen leben, auch auf der Grundlage des Lebens und der Dekadenz, wie das Leben hier geführt wird. so einer gewissen Ignoranz, so einem übermäßigen Luxus, so einer übermäßigen Konsumgesellschaft, die auch meint, Menschen von überall auf der Welt auch für sich benutzen zu können. Und das ist so dieses Babylon-Symbol für mich. Ja, du hast sowas angesprochen. Das ist zumindest ein Gefühl, das ich persönlich habe, wo ich sage, wie du auch angesprochen hast, so Sachen wie Moral und solche Sachen. Ich habe auch das Gefühl, das ist kein Thema mehr. Ich kann mich erinnern, ich bin ja, wie ich dir gesagt habe, auch auf Kämmer im Süden aufgewachsen irgendwie auch, in Stuttgart und in einem Dorf aufgewachsen, so wo sich jeder, also dein Business war jedermanns Business irgendwie gefühlt, weil jeder meinte, er muss wissen, was bei dir zu Hause passiert. Aber was ich nicht schlecht fand an der Sache ist, also die Leute haben ein bisschen geguckt und du hast immer wieder auch gehört, was du gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Wo ist deine Moral? Das ist moralisch nicht in Ordnung, ist dir nichts heilig, das sage ich schon immer wieder in den Interviews von irgendwie. Aber das fehlt mir halt wirklich doch schon, weil klar, die Leute waren teilweise zu viel in deinem Business, aber es gab Dinge, die waren in Ordnung und es gab Dinge, die waren nicht in Ordnung. Und dann hast du das gehört und musstest drüber nachdenken und dich fragen, war das wirklich richtig oder wirklich falsch? So, aber wenn wir jetzt in einer Gesellschaft sind, wo alles okay ist und alles richtig und es gar kein Falsch mehr gibt und auch keine Moral, ich höre das Wort auch gar nicht mehr, auch in meinem Umfeld nicht, außer mit jetzt sehr engen Freunden, die ich schon aus Kindeszeiten habe, da reden wir über sowas, aber wenn ich jetzt mit Kollegen, Arbeitskollegen zum Beispiel wäre, ich höre das Wort Moral gar nicht mehr. Hast du absolut recht? Weil ich als bayerischer Kleinstadtjunge natürlich dann sehr, sehr vorsichtig bin, weil ich möchte nämlich nicht, dass diese Moral und Ethik von der Kleinstadt aus Bayern auf alle Menschen übertragen wird. Es ist natürlich immer Definitionssache, was ist die Moral, was ist die Ethik, wie definiert man das und so weiter. Ich meine, es ist eher so, dass man sich ja hier immer auf so Aufklärung und so Demokratie und solchen Sachen, möchte man sich immer so ausruhen, alle. Und genau diese Sachen kann man dann irgendwie auf weltpolitischer Ebene und in der eigenen Gesellschaft gar nicht umsetzen. Darum geht es mir viel mehr. Dass man sich so total ausruht und sagt, wir sind doch so diese aufgeklärten Leute, die Demokratie überall eingeführt haben. Bro, hör doch auf. Das ist das. Ich hatte jetzt das Glück, vor ein paar Wochen oder ein paar Wochen, mit einem Schauspieler sprechen zu dürfen aus vier Blocks. Hassan Akush heißt der. Und genau Schauspieler ist er jetzt. Aber der hatte auch eine Zeit gehabt, wo seine Familien eher abgeschoben wurden in den Libanon. Und er hat mir gesagt, die wurden illegal abgeschoben. Im Sinne von, die hatten noch Verfahren am Laufen, aber man hat sie weggeschickt, weil das Flugticket war günstiger zu der Zeit. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, wir können jetzt von rechtlich hin und her reden, aber wie kannst du das moralisch verantworten, sowas zu machen? Bro, das ist so ein Ding. Wir wollen jetzt nicht von der Kleinstadtmoral in Bayern oder Stuttgart sprechen, aber wenn du es aufs Größere überträgst, wo ist deine Moral geblieben, wenn du mit guten, gewissen Menschen einfach so abschieben kannst. Wie kann man, wie kann man, wie kann man, ich möchte nicht zu sehr ins Politische sein, da braucht man einfach sehr, sehr viel Zeit und man muss ein bisschen genauer, weil es geht nicht darum zu sagen, das böse System, sondern das ist schon basierend auf Wissen und gewissen Statistiken. Wie kann man, das ist eine Frage, die ich stelle, wie kann man sagen, man möchte für Frieden stehen und für Frieden einstehen und Waffenexporteur Nummer drei sein? Und an wen ist auch die Frage? Das ist ein großer Widerspruch, ein moralischer Widerspruch, ein ethischer, das ist ethisch falsch, was da passiert, dass man Waffen an XY, ich will die Nationen gar nicht sagen, aber wir wissen doch alle, wo die Waffen hingehen. Deutschland hat was, neun, zehn Auslandsmandate, die Bundeswehr, die Deutschen wissen das nicht. Ihr könnt nicht von Leuten reden, die von Krieg weggehen, ihr könnt denen nicht sagen, weil ihr Krieg ausgesourct habt und das jetzt hier nicht mehr ist und ihr das nicht seht. Zehntausend Menschen, zehntausend Menschen sind an den Toren Europas gestorben in den letzten zwei Jahren. Das ist abartig, das ist Wahnsinn. Wie erklärt ihr das? Mit Aufklärung? Ja. Mit Menschlichkeit? Ja. Sicher nicht. Aufklärung. Ihr wisst doch genau, was in unserer Gesellschaft passiert ist, als vielleicht zehntausend, hunderttausend Menschen, bedürftige Menschen hierher gekommen sind. Aus welchen Gründen auch immer unterscheiden wir jetzt zwischen Menschen, der vor Krieg flüchtet und Menschen, der nichts zu essen hat, Allah? Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, okay. Und jetzt? Das ist jetzt ein illegaler Mensch. Ja. Wir illegalisieren jetzt Menschen. Okay. Auf welchen Werten basieren wir das? Das kann nicht Aufklärung sein. Das sind auch keine christlichen Werte übrigens. Welche Werte sind das? Ja. Das ist die Frage. Die Antwort ist klar. Ja. Wir wissen, welche Werte das sind. Ja. Ihr möchtet es nur nicht hören. Und es ist auch schwierig, das auszusprechen, aber es ist doch am Ende so. Ja. Natürlich nicht alle, Bruder. Nein, natürlich nicht. Aber das sind Meinungen, die hier vorherrschen. Ja. Und wenn wir uns das große Ganze, ich versuche immer so ein bisschen Abstand zu nehmen und mir die Gesellschaft anzugucken und mein Ego so ein bisschen rauszunehmen und meine Person da so ein bisschen rauszunehmen und wenn ich mir das angucke, wie kann das denn sein, dass dann halt irgendwie 70 Jahre nach dem Holocaust oder Nationalsozialismus irgendwie Parteien, die ganz klar faschistisch, ganz klar rassistisch, ganz klar sexistisch sind, in dem Deutschen Bundestag, gewählt werden, demokratisch. Da ist Stille, so weiß ich, was ich meine. Ich glaube, da muss man schon darüber diskutieren, wie sich eine Gesellschaft entwickelt und wie man diese Gesellschaft dann auch vielleicht, man muss zumindest die Wahrheit benennen, was ist das für eine Gesellschaft? Das ist auf jeden Fall eine gespaltene Gesellschaft. Weil dann gibt es den anderen Teil, die sagen, das ist ja alles schlimm und dann gibt es den Teil, der von der Scheiße sozusagen betroffen ist. Verstehst du? Ja. Ich weiß aber, wie gesagt, um den Bogen wieder zu spannen, ich weiß nicht, auf welche Werte, also worauf beruft man sich da? Weder dieses europäische Gebilde, was ich auch verstehe, dass man das feiert, aber auf welche Werte werden sich da berufen? Menschen sterben auf der Welt im Sekundentaktiker, weil man hier so abgeht, wie man abgeht. Ja, das ist, wenn man fragt, welche Werte, also ich kann für mich sagen, keine Werte. Das ist meine Antwort für mich. Ich glaube, kapitalistische Werte ist die Antwort. Profit, Profit, und was bringt uns was? Macht das Geld, macht das Profit, macht das Sinn, dann machen wir das. Das ist das Ausschlaggebende, also um es auch mal klar zu benennen. Sister Shaheen hat das sehr, sehr gut gemacht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wir müssen eine Klassenanalyse machen. Wenn wir das nicht machen, hier dreht sich alles um Profit. Es geht nicht um die Ethik und Moral, ob wir jetzt unsere Natur kaputt machen, wer das jetzt als allererstes abbekommt, Wüstenbildung und so weiter, sage ich nur, wo der ganze Müll eigentlich landet, Alter, lass uns darüber nachdenken. Wir müssen das irgendwie, wir müssen verstehen, wir leben in einem Gesellschaftsmodell, das Profit über alles einfach nimmt. Das stellt über alles, wenn wir damit Geld machen können, dann machen wir das, ob das moralisch falsch ist oder nicht. Wir sollten keine Panzer nach Saudi-Arabien, aber wir machen das, weil es gibt Profit Allah, Tüchengrub, Rheinmetall und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich will nicht zu. Nö, nö, aber es ist auch gut. Wir leben in Informationen, das kann jeder nachlesen. Wenn man sich die Frage stellt, ist das moralisch richtig, ist das moralisch sauber oder was gerade in Nordsyrien und so passiert oder im Kongo, Smartphones, sage ich nur und so weiter und so fort. Ihr wisst genau, das geht nicht klar. Das geht nicht klar und ihr scheißt drauf, dass Menschen da in diesem Gift mit ihren bloßen Händen und ihr scheißt drauf, sagt es doch einfach, wie es ist. Ja, das ist das. Ich sage aber irgendwie auch, was ich schon in einigen Interviews auch schon erwähnt habe. Also für mich ist es eher eine Frage von, willst du oder willst du nicht? Es geht mir hier, also ich glaube, es geht gar nicht mehr um nicht wissen, nicht verstehen. Aber nein, nein, das ist das nicht. Es ist wirklich, willst du oder willst du nicht? So, wenn ich den Wert in Menschen sehen will, will ich ihn sehen. Wenn ich ihn nicht sehe, will ich ihn nicht sehen. Weil wir können nicht auf der einen Seite schreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar und was auch immer, aber auf der anderen Leute, wie du sagst, vor den Grenzen sterben die Leute massenhaft und so. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich richtig tief drin. Ich glaube, da stellt sich die Absicht. Ah, Bruder, lass mich los. Die Frage ist doch, wer wird hier als Mensch definiert, Bruder? Das ist doch die Frage. Und anscheinend manche ja, manche nicht so ganz und manche gar nicht. Ganz simpel. Weil wenn wir die weit auf den Tisch legen, wenn das schwedische Menschen wären, it wouldn't happen. Also, ich kann mich nicht an diesem Papier festhalten, Bruder. Ich will selber versuchen, das umzusetzen, selber lernen und entlernen. Verhaltensmuster, Denkstrukturen und so weiter und so fort. Und dann meinen Einflussbereich nutzen, um diese Dinge anzusprechen und den Menschen, die vielleicht hier und da gestrandet sind, Bruder, und nicht die Lobby haben, vielleicht durch die Musik zumindest die Plattform geben oder zumindest sichtbar machen, Bruder. Das war mein Anspruch. Ohne, dass ich das überhaupt, vielleicht kann ich das gar nicht. Und vielleicht ist es auch ein zu hoher Anspruch. Aber ich würde das gerne, das war so mein Versuch, diese Dinge sichtbar zu machen, die unfassbare Ungerechtigkeit, die da ist, die natürlich auf historischen Ereignissen basiert. Die Welt ist nicht einfach so geworden. Können wir zurückgehen und müssen analysieren, wie Industrialisierung, was hat man da eigentlich, wie kam es eigentlich dazu, dass sich sozusagen der globale Westen dann industrialisiert hat und so, wie sagt man so, Factories aufgebaut hat und Dampfmaschine und Webstuhl und so weiter und so fort. Oder dass dieser globale Westen dann diese G20 heute stellt, beispielsweise. Wie kam es dazu? Was wurde denn da verarbeitet? Das war Baumwolle, alle. Das war Zuckerrohr und Tabak. Realize. Industrialisierung in England hat es angefangen und dann in Europa basiert auf der Sklaverei. Lass uns das bitte in den Kontext reinmachen, wenn wir darüber reden, welche Länder entwickelt sind und welche nicht. Viele Länder sind 60, 70 Jahre alt, über die wir reden hier. Haben davor 400 Jahre Invasion hinter sich. Ich rede nicht nur von afrikanischen Nationen übrigens. Wir können gerne nach Südamerika, wir können gerne nach Asien gehen. Haben wir ja fast überall ähnliche Dinge. Aber jetzt sind wir richtig reingerutscht. Naja, das war auch nicht falsch. Das ist der Punkt, um den Bogen wieder zu sprechen. Welche Moral, welche Ethik, auf was basieren wir das jetzt hier? Nicht auf dem Papier, auf dem wir uns, auf das wir uns, was heißt wir, auf das ich geeinigt wurde eigentlich. Nicht auf ein Menschenrecht, auf das man sich eigentlich einigen sollte. Nicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, auf das man sich eigentlich geeinigt hat. Es wird debattiert heutzutage wieder in unserer Gesellschaft. Da redet man drüber, also das geht doch nicht. Doch, doch, das geht schon. Ich kann es euch beweisen und das wird auch so sein. Tja, das ist das. Gut, ich meine, man will das vielleicht nicht immer machen, so ein Ausflug in die Politik. Aber ich glaube, das sind halt Sachen, die treffen uns trotzdem, mit denen wir auch tagtäglich zu tun haben. Wir mehr als manch an andere, der jetzt hier vielleicht zuguckt oder zuhört. Deswegen kann man das uns auch nicht übel nehmen, wenn das auch mal zum Thema wird. Nee, ich glaube, es sollte immer mehr zum Thema werden. Aber es ist natürlich schwer, den Leuten das in kurzer Zeit zu vermitteln. Weißt du, eigentlich brauchst du ein Gespräch, dann redest du über ein was und versuchst dort zu analysieren, was da abgeht, um wirklich inhaltlich voranzukommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir Sachen immer nur sozusagen anreißen und nicht in die Tiefe gehen. Wie zum Beispiel in unserem Movement, diese Black Power Movement und so, fehlt oft einfach eine Klassenanalyse, wie wir gerade schon besprochen haben. Es ist auch wichtig, sich das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft anzugucken. Es ist wichtig, die Geschichte zu verstehen, um Rückschlüsse ziehen zu können, warum heute zum Beispiel XY und so ist. Ich glaube, wir müssen das mehr machen, aber in einem, ja, weiß ich auch nicht, in welchem Rahmen. Es ist einfach schwer, das zu vermitteln. Es ist schwer, das zu vermitteln in einer Welt, in der vieles schief läuft und viel Negativität ist. Die haben die Leute auch keinen Bock und so, das kann ich auch nachvollziehen. Aber wir müssen, wir müssen, wir müssen, eigentlich müssen wir immer mehr. Auf jeden Fall. Tja, das ist dann das. Und was wollte ich noch? Ich glaube, es war noch eine zu Babylon, oder? Oder war das schon die? Du hast beide beantwortet. Also meine Frage war eigentlich, wo hast du gedreht und was heißt das überhaupt? Ach so, okay. Du hast alles beantwortet und auch mehr, deswegen perfekt. Kann ich noch etwas dazu sagen? Bitte, bitte. Ey, Leute, hört mir genau zu. In Berlin ist das Pergamon-Museum. Ich bin kein Fan von so Museen eigentlich. Aber mein Bruder Baffo-Boy und ich und der Prinz waren letztens dort im Pergamon-Museum. Da ist das Tor zu Babylon. Also das Tor, das an der Stadt, an der ancient Stadt Babylon war. Krass. Ich kann das nur empfehlen, das reinzuziehen. Das steht da einfach? Ja. Ist das riesig? Das ist riesig, Bruder. Ist das ein eigener Raum, oder was? Das ist ein eigener Raum. Krass. Ich will dir nicht zu viel erzählen. Das war krass, das war so krass, dass ich mir gedacht habe, so krass. Da war so viel, ja, viel auch so Kunst aus Assyrien und da ist, glaube ich, auch ein islamisches Museum mit drin und so. Das sind Sachen tausend Jahre vor Christus und so. Bro, dein Gehirn explodiert. Das war so viel, dass ich weiß, ich muss da nochmal reingehen und mir so wirklich so drei, vier Stunden Zeit nehmen einfach. Das waren so viele krasse Sachen, Bro. Muss ich mir auch mal angucken. Aber dieses Tor, boah. Muss ich mir auch mal angucken. Beim nächsten Besuch. Prunk und Protz, Bruder. Prunk und Protz, diese City. Und dann checkst du dieses Symbol nochmal mehr. Ich war da vorgestanden und dachte mir so, krass, Mann. Das ist diese Babylon, Bro. Muss ich mir anschauen. Wo ihr diese Goldsteine benutzt, ja. Wo ihr euch jetzt zum Scheißen auf Gold setzen wollt, ja. Das ist diese Babylon. Verstehst du, ich meine? Ja, ja. Es ist das Symbol. Wir können jetzt reden, wie ist das heute so? Heute ist es halt so. Du hast jetzt deine 18 Autos, ja. Ah, okay. Dein Fuhrpark, oder? Okay, ja, 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 ja. Le Président. Wir haben jetzt dieses Haus mit diesen 40 Räumen, ja. Wahnsinn, ne? Verstehe. Wahnsinn. Verstehe. Was für eine Dekadenz lebt dir? Wahnsinn. Wahnsinn. Wo ich persönlich für mich sage, ich bin froh, dass ich vier Wände habe. Um jetzt nicht jetzt auch wie ein Hippie oder was zu klingen, aber ich sage ehrlich, ich habe meine vier Wände, wo ich jeden Tag rein und raus gehen kann, wie ich will. Ich bin da zu Hause, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann hierher fahren, um solche Sachen zu machen. Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen drüber gehen kann, noch schöner. Also wenn ich jetzt morgen nochmal die Kohle habe, dass ich die ganze Welt ziehen kann, auch geil. Aber ich brauche nicht die Kohle, um 40 Autos zu fahren. So, oder 40 Zimmerwohnungen oder Haus zu haben. Ich denke, irgendwann gibt es eben diese Dings. So, irgendwann ist auch genug, weil dann bist du über dem, was du brauchst und willst, also wirklich drüber. Was willst du noch? Mein Bruder Therapeet, auch eine Schweinfurt-Rap-Legende von KSC-Crew, Shoutouts, hat einen Song, da sagt er eine Line, die habe ich erst noch ein drittes Mal gecheckt und ist deep, Bro. Sagt er, du hast schon genug, nicht geben, ist nehmen. Du hast nicht genug, nicht geben, ist nehmen. Du hast schon so viel, dass du nicht abgibst von dem, was du hast, ist schon wie nehmen. Verstehst du? Ich meine, solche Menschen gibt es. Aber zurück zu Babylon, also dieses Symbol einfach, diese krasse Dekadenz, dieses Tonnen an Essen wegschmeißen, Menschen verhungern, so dieses. Und dieses Tor dort in diesem Museum symbolisiert das schon krass, wo man checkt schon, wo diese Symbolik herkommt. Und diese Geschichten aus der Bibel und so weiter. Man checkt das. Ich kann das nur empfehlen. Da muss ich mir reinzählen. Ja, Mann. Guck ich mir an. Ey, das lohnt sich. Sag ich dir. Eins, zwei, drei Fragen habe ich noch. Ich hätte gerne noch viel länger gesprochen, aber irgendwann muss man leider. Hoffentlich, das ist ja ein gutes Zeichen. Mir geht es nämlich genauso. Ich hoffe, wir können uns irgendwann wiedersehen. Sehr schön, dass du das sagst. Verstehst du mich, meine? Sehr schön, dass du das sagst. Dann haben wir eine gute Energie geschaffen, dass wir sagen, noch nicht fertig, wir müssen vielleicht noch mal. Sehr gut. Das ist nämlich das, was ich eigentlich immer am Ende sage. Jetzt hast du mir das genommen. Perfekt. Sorry, Bruder. Nein, noch besser. Übergriff. Nein, nein, besser. Nimm dir die Show. Nimm dir die Show. Nein, Spaß. Ist geil. Also wenn, das ist halt für mich so ein Erfolgserlebnis. Wenn ich sagen kann, ich sitze mit Leuten zusammen und die, wenn die sogar von selber aus sagen, hey, lass uns das nochmal machen. So, weil ich sehe sowas, also für mich ist die Zeit, die mir Menschen geben, um mit mir über Sachen zu sprechen, um mir Fragen zu beantworten und was auch immer oder ihre Ansichten zu teilen, ist für mich Gold. So, also du musst hier nicht sitzen. Du musst nicht mit mir reden. Du kannst auch mit jedem X-Beliegend da draußen reden oder auch nicht so. Ja. Aber dass wir uns beide entschieden haben, hier zu sein. Das ist ja ein Kollektiv, weil du musst das auch nicht machen, Bruder. Du musst auch nicht meine Musik hören oder Fragen darzustellen oder wen interessiert auch. Und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit Interviews, weil ich habe die Antworten nicht, Bruder. Das ist alles nur eine subjektive Wahrnehmung und eine Perspektive, die ich abgeben kann. Und oft in Interviews hat man dazu, also hat es so eine Stimmung, als hat man die Antworten. Alles gut. Check, check. One, two. Da kommt der Rap raus. Hat man so diesen Anspruch, so diese perfekte Antwort zu geben. Verstehst du, wie ich meine? Ich weiß es nicht. Ich versuche selber, dieses Leben noch auszuchecken und Antworten zu finden. Dementsprechend, diese Konversationsstyle hat mir einfach, das gibt mir viel, viel mehr, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dem einen oder anderen, der einen oder anderen hilft es auch, wenn wir uns so austauschen. Haben vielleicht ähnliche Gedanken, haben andere Gedanken, sagen was dazu, können noch Gedanken von sich teilen. Maybe disagree. Gibt ja alles. Hauptsache Reaktion und Austausch. Ja. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Yes, yes, yes. Vielleicht sind es auch drei. Bist du zufrieden mit deinem Album? Also, das ist vielleicht nicht die richtige Frage. Anders, wie fühlst du dich selber? Mach mal mal so, wie fühlst du dich mit dem Album? Ich fühle mich wie Juju-Brother. Eigentlich fühle ich mich, ist schon so, dass ich irgendwie eine Last ablegen konnte und ein bisschen befreiter bin. Ich bin sehr, sehr glücklich, oder, über die Reaktionen, die ich bekommen habe. Von wem vor allen Dingen. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen stolz, dass ich mich selber so ein bisschen überwinden konnte, mehr getraut habe. Aber das verändert nicht signifikant so mein ganzes Lebensgefühl. Also, ich bin noch in einer ähnlichen Lage, finde ich so. Klar. Und habe das Gefühl, jetzt erst recht so, jetzt geht es erst noch richtig los. Jetzt habe ich das Gefühl, Leute haben, hören aufmerksamer zu und wissen, okay, der meint es wirklich, wirklich, wirklich ernst. Let's put in the work. Ja. So, das ist mein Gefühl gerade. Ich hätte jetzt auch nicht mit einer Antwort gerechnet, wie, ja, ich bin jetzt reich geworden und dies und das und das nicht mehr. Ach so, das ist ja sowieso nicht mehr. So, aber? Wie wir, wie wir schon gesagt haben, also, das ist mir vollkommen bewusst und das muss auch allen Menschen bewusst sein. Ich glaube, die Art von Musik, die ich mache, Bruder, also, reich wird man davon nicht mehr. Da brauchen wir uns überhaupt gar nichts vorzumachen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das Einzige ist, was passieren könnte, ist, wenn wir uns selber empowern und diese eigene, ich sag jetzt mal, so diesen eigenen rebellischen Markt kreieren, erfinden, schaffen. Ja. Ja. Da brauchen wir jetzt diese klassische Cash und reich werden, darf man safe nicht brauchen. Da brauchen wir uns nichts. Da sollte man auch eine klare Analyse der Musikindustrie machen. Ne? Ja. Verkaufszahlen, Klicks, was klickt, wo kann was rein. Meine Songs, also, ich, ein Beispiel kann ich dazu geben. Ich stand einmal zur Debatte, hat mich eine Person, eine außenstehende Person, und das ist überhaupt null negativ, weil das ist die Aufgabe dieser Person, mich darauf hinzuweisen. Ein Song, da gab es einen Song, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann, aber es gab auf jeden Fall einen Song und da ist vorne etwas sehr, sehr Signifikantes gesagt, das für mich so wesentlich für diesen Track ist. Nämlich der ihr Gott, man. Und dann, weil die Länge des Songs dann gewisse Dings überschreitet, hat man mich darauf hingewiesen, ey, pass auf, so keine Chance auf Playlists. Den Kompromiss kann ich halt nicht eingehen. Ja. Muss man sich halt selber fragen, was man will, ne? Den Kompromiss kann ich, ich kann den für mich nicht eingehen und ich kenne die Folgen. Dieser Song wird in keiner Playlist landen. I already know, even though I'm telling you, you got. Ja, das weiß ich, aber wenn ich diese eins, zwei, drei Personen erwische, die zuhören und wirklich verstehen, dann habe ich alles, dann habe ich, dann bin ich schon erfolgreich. Dann bin ich schon erfolgreich. Wenn es um Geld gehen würde, wie du vorhin gesagt hast, dann würde ich eine andere Art von Musik machen. Vielleicht gar keine Musik, weil es gibt wahrscheinlich hundert Bereiche, wo man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wow, jetzt wird es langsam. Du merkst, ich werde nervös. So, jetzt. Damn. Nein, nein, alles gut. Die, die, die in meiner Perspektive höhere Erfolgschancen haben, Geld zu machen als Musik, das muss man so ganz klar sagen, Bruder. Ja. Also, das kann, für mich kann es nicht die Intention sein. Ja. Ja, aber wie du sagst, es ist wichtig, die Sachen selber zu betrachten und zu wissen, was mache ich und wo gehe ich damit hin? Safe. Einen Reality-Check zu machen? Safe. Und dann damit leben können und das kannst du ja wohl ganz gut. Aber ich finde es auch wichtig, dass man zu Sachen irgendwie eine Stellung nehmen kann, egal was für eine sie ist. Ob ich sie jetzt richtig oder falsch finde, ist vollkommen egal. Solange du damit selber leben kannst und weißt, du hast für dich eine Mission, du hast ein Ziel für dich. Und ich persönlich glaube, auch wenn du jetzt sagst, dass es nicht so sein wird, aber ich glaube, am Ende des Tages wirst du trotzdem damit erfolgreicher sein, egal wie du es sehen willst. Ob in 20 Jahren Leute sagen, hey, da gab es doch mal jemanden, der hieß Judy Rogers, der hat die Weichen gelegt. Das kann auch ein Erfolg sein, so wo man sagt, du hast vielleicht nie die Mille gemacht, aber du bist in den Geschichtsbüchereingang, wo die Leute sagen, das ist jemand, der ein Vorbild für mich ist und deswegen mache ich heute, was ich mache, wie ich es mache. Safe. Oder es kann auch sein, dass du, was weiß ich, morgen von irgendwem auf eine Tour mit eingeladen wirst, auf irgendein Konzert als, keine Ahnung, Act davor oder so und das dich dann wahrscheinlich pusht. Aber auch nur, weil du das machst, was du machst, wie du es machst. Nicht, weil du irgendwie jemand bist, der mit dem Wind genauso geht, wie ihr gerade kommt, sondern du bist du gewesen und nach zehn Jahren sagt einer, hey, ich habe dein Zeugs beobachtet, ich finde es cool, komm doch mit auf Tour. Und dann ist dann vielleicht auch das dein Moment, weiß man nicht. Weiß man nie, kann nur die Zeit zeigen. Ich glaube, wenn wir so über Erfolg reden, dann würde ich eins gerne noch sagen und zwar, das sage ich immer mit meinem Mitbewohner und den Leuten, mit denen ich abhänge, Bruder, wenn die mich morgen wegnehmen, wenn die mich morgen nehmen, dann habe ich immer noch, also ich weiß, ich habe auf jeden Fall jetzt schon was hinterlassen. Ich fühle mich schon gewissermaßen, auch wenn es vielleicht für manche Leute, hey, was lauert der. Für mich ist es schon so, ich habe schon etwas, ich habe schon etwas in den Stein gemeißelt von myself. Schön. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist für mich schon das Safe, dieses Safe-Gefühl. Für mich geht es darum, wie kann ich die Chancen, die mir gegeben wurden, die Privilegien, die mir gegeben wurden, Bruder, dass all diese Oppression und alles, was wir besprechen, dass wir immer noch wissen, wir können hier mit zwei teuren Mikrofonen, zwei Kameras in einem Raum, in einer Großstadt sitzen, haben, verstehst du, wie ich meine? Dass wir da noch was draus machen können. Für mich geht es nur weiter, wie ich das noch weiter, weil ich bin schon safe, Bruder. Ich bin nicht schon safe. Ich bin schon safe. Meine Perspektive habe ich schon manifestiert. Für mich. So, jetzt können wir uns noch fragen, wie stellst du dir ein erfolgreiches Leben vor? Das können wir fragen. Ja. Was wünschst du dir für dein Leben, dass du sagst, das war erfolgreich? Ja, nicht so viel. Wirst du ein bisschen Farmer werden, irgendwie in Virgin Islands oder so? Cool. Geil. I'm straight. Ja. So, aber diesen Erfolg habe ich mir schon selber. Deswegen, manchmal klingt das ein bisschen komisch, wenn man sagt, ich bin stolz auf mich. Aber in letzter Zeit ist so ein bisschen das hochgekommen und das ist nicht falsch. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe echt, Bruder, gekämpft. Und es ist gut. Das ist nämlich das. Weil ich denke mir auch, sowas zu machen, was du machst. Und auch das Album ist nicht nur ins Studio laufen, einen Tag aufnehmen und dann ist das raus. Da muss viel links und rechts passiert sein. Also ich finde es schon stark, wenn, weißt du, wie viele Leute es gibt, die vielleicht Musik machen wollen, aber es nicht mal hinkriegen, einen Song zu machen oder einen Text zu schreiben. So, weil sie im Kopf irgendwie Sachen haben, mit denen sie kämpfen müssen, im Leben und hier und da. Nur um einen Song fertig zu kriegen. Und du machst halt ein Album fertig. So. Das zu schaffen, kann ich mir vorstellen, war auch nicht einfach nur so zwei Tage im Studio und fertig. Da hat auch vieles bestimmt mit reingespielt. Stere, stere, stere. Bruder, du hörst ja, da geht es um Self-Medication, da geht es um Depression, da geht es um Schwäche, da geht es um Ängste, da geht es um sich überwinden, da geht es um Versuchungen, während man schwach ist, ja, da geht es um, wenn du broke bist, Bruder, dann kriegst du das Angebot. Wenn du Kohle hast, kriegst du es nicht, Alter. Das kommt, wenn du broke bist, Bruder. Dass so diese Überlegung, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass die schwächer ist. Und die meisten machen es. Verstehst du, wie ich meine? Ja, also das Album an sich ist ja, es geht viel mehr um diese Lebenserfahrung, die man hat. Das ist viel mehr kreieren, versuchen zu verstehen, was um einen herum passiert, warum Dinge gerade passieren und die dann zu verarbeiten, Mann. Gutes Ende. Bless it. Sehr schönes Ende. Ich würde mich nochmal bedanken bei dir, Bruder. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt immer ein bisschen ausführlicher einfach zu reden und meine Perspektive zu geben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, alles subjektiv natürlich. Klar. Aber es ist wunderschön, hier zu sitzen. Das freut mich sehr. With another black king, Bruder, we're just talking about, wie wir uns fühlen, wie wir Dinge sehen, ist ein Blessing. Bruder, gab es vielleicht so vor 15 Jahren so, in dieser Form auch noch nicht. Lass uns einfach weiter daran arbeiten, Mann. Na, das freut mich sehr. Das ist echt, aber von mir auch sowieso, ich habe mich schon hier und da bei dir bedankt. Ich mache es immer wieder gerne. War echt so ein sehr cooles Gespräch, coole Zeit. Und lass uns das nochmal machen. Safe, Mann. Lass uns das nochmal machen. Bless, auf jeden Fall. Cool, auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch für dich. Gerne. Vielleicht hast du es schon mitgekriegt. Made in Germany, frage ich gerne. Was ist das? Kannst du das für dich irgendwie zusammenfassen, irgendwie beantworten? Ja, der Juju hat sich natürlich die ganzen Videos angeguckt. Der Bruder wird mich doch bestimmt beantworten. Das ist eine unglaublich schwierige Frage für mich zu beantworten. Muss ich ganz ehrlich und offen gestehen. Ich weiß gar nicht, was genau das bedeutet. Ich glaube, man müsste das dann immer so in verschiedene Bereiche, also wenn wir jetzt über einen technischen Bereich, dann wissen wir, was das ist. Aber wir sprechen eigentlich über Identität. Dann ist meine Definition oder Perspektive eigentlich, alle Menschen, die zumindest für so einen langen Zeitraum hier gelebt haben, dass sie geprägt sind auch von der Gesellschaft hier in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube nicht, dass man hier geboren sein muss oder so. Aber am Ende des Tages bin ich eine Person, die mir, also es ist mir ganz egal, wo du Made bist. Weißt du? Spielt für mich eine eher untergeordnete Rolle. Ich glaube, ich, oder ich hoffe zumindest, dass egal, wenn ich in Portugal wäre, würde ich hoffentlich das Gleiche machen, gegen Ungerechtigkeit vorgehen. Es hat einfach keine Relevanz, verstehst du, wie ich meine? Ja. Es hat für mich überhaupt gar keine Relevanz, Made in, hier oder da oder da, was komplett zufällig ist. Und wenn ich das sage, dann bin ich auch so offen und ehrlich, dass in dieser Gesellschaft auch genug Menschen sind, die ein bis dann absprechen möchten. Also es gibt wahrscheinlich keine klare Definition davon, sondern es wird auch heute noch verhandelt, wer Made in Germany sein darf und wer nicht und wer das ist. Und da gibt es verschiedene Perspektiven, die sich alle wahrscheinlich ein bisschen widersprechen. Hat wenig Relevanz auf meinen Dingen. Ich glaube, so diese, welche Relevanz schreibt man dem zu? Außer, dass es dann Privileg mit diesem Ausweis wahrscheinlich einhergeht. Wer darf hier bleiben, wer nicht und solche Sachen. Wer ist Made in Germany? Aber führt in meinem Leben zu eigentlich gar nichts, Bro. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Wenn ich woanders lebe, bin ich Teil der Gesellschaft und genauso legitim. Und jeder Mensch, der hierherkommt, ist genauso legitim Teil dieser Gesellschaft, ob der Made irgendwo ist oder nicht. Also für mich zumindest, als Mensch. Das ist auch eine Antwort. Auf jeden Fall. Ich erwarte ja auch nie von Leuten zu sagen, es kann doch wirklich das sein. Ich kann dir keine klare Antwort sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Was Made in Germany? Bin ich Made in Germany? Probably so, yeah. Probably so, yeah. Ich wurde in Schweinfurt geboren, bin dort aufgewachsen, bin dann vor sieben Jahren nach Berlin. Ich bin der deutschen Sprache mächtiger. Ich weiß nicht, ob... Also... Ich bin Fan des magischen FC St. Pauli. Das ist schon sehr deutsch, glaube ich. Weißt du, ich meine, so Fußballfan oder so. Gibt es schon Sachen, auf was die Leute das beziehen? I don't know. I'm a human being in Germany. Das würde ich so sagen. Sehr schön. Ja, man. Sehr gut. Tja, wie gesagt, sehr gutes Interview. Sehr schön. Yes. Ich bin sehr gefreut. Ebenso. Noch ein letztes Mal. Vielen, vielen Dank für alles. Ich habe zu danken, Bro. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe immer so Interviews. Aber war schön. Das war sehr, sehr schön. Ich habe mich gefreut vorher und die Vorfreude hat sich auf jeden Fall bestätigt. Das ist sehr schön. So kann man ein Interview beenden. Yes, right. Dann war das das Interview mit King Juju Rogers, 40 Acres in the Mula. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, einmal reinhören oder auch mehrmals reinhören, so wie ich das mache. Und macht euch selber ein Bild von dem Album. Ich finde es stark. Einfach reinhören. Please, please, du. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus. Blessings.